Was ist die berühmteste Person, der ihr jemals begegnet seid? Ich bin mal in Riz Ahmed reingelaufen. Was? Echt? Und in Nicolas Winning Raffin. Was? Warum hast du es noch nie erzählt? Gehst du einkaufen? Und ich habe Phil Laude mal im Supermarkt getroffen und Fotobelis gemacht. Okay, das ist relational. Nee, aber ich bin mal in die beiden reingelaufen. Also ich bin nach einem Screaming von Mogul Mowgli bei der Berlinale, musste ich relativ schnell danach weg. Und ich habe nicht gewusst, dass es danach so ein Q&A mit Riz Ahmed gibt. Und ich bin dann einfach in den reingelaufen. Und ich so, I'm sorry, I'm sorry. Und ich habe dann erst gemerkt, als ich hochgeguckt habe, oh, fuck, das ist Riz Ahmed. Sein Bodyguard und so. Ich finde, das ist noch ein sehr unterschätzter Schauspieler. Ich liebe ihn. Ja, ich auch. Ich meine, wir haben ja bei der Berlinale letztes Jahr, oder war das dieses Jahr? Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Okay, dieses Jahr, es tut mir leid, haben wir ja Steven Spielberg getroffen. Und ich meine, was heißt getroffen? Ja, wir waren so 800 Meter weiter hinten. Aber du hast jetzt nicht mit ihm persönlich gesprochen? Nee, aber ich war in einem Raum mit ihm und ich finde, das zählt. Wir haben aber so, wir haben schon mal so zweimal gehadert, okay, wollen wir ihm eine Frage stellen? Ja, und wir haben es nicht getraut. Und ich meine, wir hatten sehr viel Respekt davor, eine Frage zu stellen. Weil ich finde, auch wenn du in einem Raum voller Donalisten und Donalistinnen bist, die weltweiten Status haben, dann willst du dich natürlich auch nicht blamieren. Das ist ja ein Must-Rikes-Back-Weltspitzen. Ja, genau. Aber dann hat jemand irgendwie so total die dumme Frage gestellt und dann waren wir so, okay, jetzt könnten wir auch. Aber welche Person hast du denn jetzt getroffen? Ähm, eine Sache war, Pamela Anderson ist mal an mir vorbeigelaufen. Okay. Ganz weirde Geschichte. Ich habe ja mal für ein Praktikum hier, als ich in Köln hergezogen bin, habe ich für Klickzoom gearbeitet. Das war so ein, damals war das noch ein Interviewformat auf YouTube mit Christoph Krachten. Christoph Krachten, dem bin ich mal auf der Gamescom entgegen. Der ist immer an der Gamescom an mir vorbeigelaufen. Also wer läuft alles an euch vorbei? Ich muss irgendwas falsch machen. Und wir waren eingeplant für ein Interview mit ihr in dem neu eröffneten Playboy-Club in Köln, den es inzwischen auch gar nicht mehr gibt, weil das Konzept davon war sowas von dämlich. Zum Glück hast du das kontextualisiert und ich habe sie in einem Playboy-Club getroffen. Ich habe dann, dann wäre es unangenehm geworden. Ja, genau. Die hat dann das Interview, wurde dann nicht gemacht, aber sie ist an uns vorbeigelaufen. Ich hätte nur meine Hand ausstrecken müssen, dann hätte ich sie berührt. Okay, das kommt weird. Das kommt sehr gut. Aber die andere berühmte Person, das war so ein richtiger, das war so ein Hattrick-Tag. Da habe ich ein Interview gefilmt, also ich war dann immer der Kameramann, hat Licht gemacht und Ton und alles mögliche und das alles eingerichtet. Ich habe an einem Tag getroffen, Kraft-Club, mit denen haben wir ein Interview geführt. Sie sind noch nicht, als sie fühlt sich so. Ich liebe Felix. Die Süßmäuse. Okay, das ist sehr cool. Die waren sehr nett. Ja, kann ich mir vorstellen. Da waren die auch noch nicht so krass, oder? Noch nicht, ich glaube, die hatten ihre erste Platte raus. Die gab es jetzt noch nicht so lange. Das zweite am Tag war Materia, der war auch da mit jemandem, hat ein Interview gemacht, zu dem ich gleich komme, aber nicht als Materia, sondern als Masimoto. Und die dritte Person, die ich getroffen habe, war Kermit der Frosch. Mit dem haben wir auch ein Interview gefilmt. Und ja, das war ... Kermit, hast du gewonnen. Das war ein lustiger Tag. Ich habe einmal Drew Barrymore getroffen, in einem Drogeriemarkt, in Amerika aber. Also deswegen, es war nicht so chill. Am Rudolfplatz. Ja, genau. Da hat sie gechillt, ja. Nee, aber ich finde Kermit, top schon alles. Respekt. Aber war das so dieser deutsche Sesamstraßen-Kermit, oder war das ... Original. Oh mein Gott. American. Ich musste auch ... Ich hatte strenge Anweisungen, dass man nur die Puppe sieht und nicht den Dude, der das bedient. Ich dachte, er hat eine Schokoladenseite, oder so, der Kermit. Das auch. Es hat ständig so eine ... Es ist mir immer so eine Abgeordnete von Kermit, hat die ganze Zeit auf dem Bildschirm geguckt, ob das alles passt. Das heißt, Kermit hat eine Managerin. Ja. Okay. Wahrscheinlich mehr als eine. Ja, aber wer sind wir überhaupt hier? Wir sind auch nur Puppen. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper. Lenny. Und Marius. Wir reden heute über die ersten Reaktionen zu einem der meisterwartesten Filme dieses Jahr. Ein Schauspieler hat gesagt, er will Filme machen, bis er 80 ist. Ich will auf jeden Fall nicht arbeiten, bis ich 80 bin. Dafür will ein Regisseur aufhören, Filme zu machen. Dann reden wir über die Starts der Woche. Und es sind auch mehrere Trailer erschienen. Also einmal zu zwei Blockbustern, die dieses Jahr noch starten. Auf einen der beiden freue ich mich auf jeden Fall. Mehr dazu später. Und dann habt ihr es wahrscheinlich schon am Titel gesehen. Hauen vor allem ihr beide, haut gleich eine Trailer-Analyse zu Ahsoka raus. Ja, der Trailer ist relativ zeitnah jetzt erschienen. Deshalb haben wir heute Morgen beschlossen, quasi jetzt direkt vor dem Podcast beschlossen, dass wir noch eine kleine Trailer-Analyse machen. Und die drehen wir gleich nachher abgesetzt davon. Das wird jetzt nicht so eine zweieinhalbstündige, wie Xenia und ich das mal zu Dune gemacht haben oder so. Aber wir werden schon ein bisschen über den Trailer reden. Und Xenia wird dann wahrscheinlich auch ein paar Fragen haben. Ja, ja. Du bist dann quasi so die... Ich bin die Flasche. Nichtsahnende. Ja, ja. Ich bin die Nichtsahnende. Genau, aber nicht, nicht, nichtsahnend geht's los. Nichtsahnende. Das stimmt, ja. Das ist eine Triple-Verneinung. Das ist eine Triple-Verneinung. Es ist kein Double-Feature, sondern ein Triple-Feature. Es gibt ja mehrere Stimmen zu den Filmen, die beide nächste Woche starten. Oppenheimer und Barbie. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt. Es gibt ja einen Internet-Trend. Es gibt das Internet-Trend. Genau. Das ist für uns alle Neuland. Da gibt es den Barbenheimer-Trend. Da haben wir bestimmt auch schon mal im Podcast drüber geredet. Wisst ihr, was das ist? Ja. Ja. Jonas oder Lenni? Warte, ich sag mal nein. Achso, ich hätte nein gesagt, damit du das erklärst. Nee, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, ich weiß, was ist es. Aber was ist es denn? Okay, genau. Also es wird sozusagen ein Meme darüber gemacht, dass man Barbie und Oppenheimer an einem Tag schauen möchte im Kino, weil sie erscheinen ja beide nächste Woche Donnerstag am 20. und man sagt, man soll Oppenheimer am besten als erstes gucken, weil der ist ja wahrscheinlich sehr deprimierend. Ja, also ich meine, wenn mal so zwei Filme in der Woche standen, die so relativ groß sind und die so unterschiedlich sind, das ist interessant. Ja, und dann soll man am besten mit einer Zigarette und einem Kaffee sich Oppenheimer gönnen in den Morgenstunden und dann kann man nämlich danach direkt Barbie schauen und Spaß haben. Mit einem Aperol. Oh, sehr gut. Oder einem Wildberry Lillet. Ganz ehrlich, wir werden auf jeden Fall nächste Woche eine Kritik dran machen zu Barbie und wir werden auch eine Kritik machen zu Oppenheimer. und außerdem bereite ich auch gerade noch ein Video vor zu, wie historisch akkurat ist der Film dann und da muss ich euch leider sagen, dass Kaffee nicht dazu passen würde, also Zigarette würde passen, weil er war Kettenraucher, aber er hat auch anscheinend die krassesten Martinis gemixt, die es gab. Okay, also das heißt, du würdest jetzt dafür plädieren, erst Barbie und dann Oppenheimer zu schauen, damit du bei Oppenheimer dann was trinken kannst. Nö, es ging nur ums Getränk. Achso, okay. Einfach schon morgens anfangen mit Alkohol. Also warte, das möchte ich jetzt einfach fragen, war Oppenheimer dann nebenbei, also hat er das so professionell gemacht oder so? Weiß ich nicht, dass Oppenheimer so halbteig so in deiner Bartheke stand? Nee, gar nicht, aber er war anscheinend bekannt dafür, dass er die härtesten und kältesten Martinis gemacht haben und ihm selber hat das nichts ausgemacht, aber er war anscheinend bekannt dafür. Der hat auch in so einem Haus gelebt, das hieß, ich weiß gerade nicht mehr, wie es hieß, Blablabla-Männer und das wird irgendwann nur noch Bourbon-Männer genannt. Das ist so krass, wenn du Oppenheimer so dich an ihn erinnern würdest wegen seinen Martinis und nicht wegen der Erschaffung der Atombombe. Oppenheimer war da nicht der, der diese krassen Martinis gemacht hat? Ja. Naja, ich wollte eigentlich darüber reden, dass jetzt erste Stimmen zu Barbie erschienen sind, also Greta Gerwigs Barbie und das Internet wurde geflutet mit positiven Rückmeldungen. Also der Hype ist ja riesig und wir sind ja wahrscheinlich auch alle gehypt. Ihr beiden seid extrem gehypt. Ja, so. Also ich bin auch gehypt, ich bin auch sehr gehypt, würde ich sagen. Ja, ja. Ich freue mich sehr. Ich finde, alles, was bisher dazu erschienen ist, die Trailer, dann noch dieser Song von Ryan Gosling, der jetzt rauskam. Dieses ganze Marketing ist schon extrem gut. Er ist so gut, dieser Song. Ich habe diesen Song wirklich, also ich meine, das ist jetzt nur so eine anderthalb Minuten Version und auch nicht mit den Originalfilms, sondern auch so ein bisschen trailerhaft zusammengeschnitten. Aber das sieht so toll aus und ich habe halt wirklich ein Gefühl, also wie das Ganze so aufgebaut wird in diesem I'm Just Can Song, dass es dann wirklich eine Schlacht an Malibu Beach gibt, wo Ryan Gosling dann alle Cans dazu anzettelt und auch, es wird so toll. Ja, ich finde auch, das ist so wie, als wenn man so ein Drama-Kind war und das ist so der Film, auf den man gewartet hat. Also ich finde, es ist so, da ist Musik mit drin, das Farbschema ist geil. Also, naja, aber ich meine Meinung oder unsere Meinung wird man dann ja wahrscheinlich nächste Woche noch hören. Was man natürlich auch dazu sagen muss, wenn so Filme eben vorne reinlaufen, dann ist ja meistens so, dass die Stimmen immer sehr positiv sind. Ja, aber ich meine trotzdem, es gibt ja auch schon einige Filme, die dann vielleicht eher enttäuschend sind oder so oder wo man dann schon ein, zwei Stimmen mehr vielleicht hat, die Kritik äußern. Und hier kann man wirklich sagen, die meisten loben den Film und insbesondere Ryan Goslings Performance, also eine Filmkritikerin, schrieb zum Beispiel auf Twitter, dass Gritta Gowick ihre Erwartungen übertroffen habe. Sie behandelt die positiven und negativen Seiten von Barbie auf wunderbare Weise. Gebt Ryan Gosling eine Oscar-Nominierung. Ich meine das todernst. Ich hoffe auch, dass er eine bekommt, weil so das in den Trailern, also wenn er da alleine so diese Rollerblades hochhebt und sagt, Go Little Re, jetzt kann ich nicht mehr mehr Englisch sagen. Nee, dieses Literally. Lennys Stimme zittert. Das ist, ach Gott, Hilfe, nein, aber wenn er halt so sagt, I go literally. Literally ist wirklich ein schwieriges Wort. Das stimmt. Das kann man einfach nicht schnell ausprobieren. No where without them. So. Okay. Eine weitere Kritikerin hat auch geschrieben, Barbie ist Perfektion. Vietnam dachte nicht, dass Barbie Perfektion ist, denn dort wurde der Film jetzt verboten. Und das ist eigentlich ein ganz wilder Grund, also ein politischer Grund. Im Film wird nämlich eine Weltkarte mit der sogenannten Neuen Strichelinie gezeigt, mit der China Anspruch auf das südchinesische Meer erhebt. Und ein Direktor des vietnamesischen Kinodepartments hat die Entscheidung so begründet, wir werden die Veröffentlichung des Films nicht erlauben, da er die beleidigende Darstellung der Neuen Strichelinie enthält. Okay, erste Frage. Wisst ihr, was die Neuen Strichelinie ist oder habt ihr schon mal was davon gehört? Ja, tatsächlich, ich habe mir auch jetzt in Vorbereitung auf dem Podcast die mal angeschaut. Ich finde es wichtig, es zu sagen, diese Neuen Strichelinie hat keine Basis im internationalen Recht. Also das sagt nur China, dass die das beanspruchen. Das wurde 2016 auch in Den Haag bestätigt, dass das nicht internationalem Recht entspricht, dass die das so machen können. Und ich zeige euch mal diese Linie. Ich meine, ihr werdet dann sehen, wie absurd das ist eigentlich, was die sich da so rausgenommen haben. Also du meinst jetzt die Linie im Realleben? Guck mal, das ist das südchinesische Meer, hier ist Vietnam, hier ist Malaysia, hier ist die Philippinen und die sagen, das alles gehört uns. Wow. Also quasi der Großteil von diesem Meer, nur die Küstenregionen gehören dann den jeweiligen Ländern. Krass. Ja, okay, das ist schlimm. Also ich meine, dass es in Wirklichkeit total das absurde Konstrukt ist, ist ja offensichtlich. Es ist ja absurd, dass das auch quasi so bestätigt wurde, dass es absurd ist. Ja, genau. Und in dem Barbie-Trailer, also die Karte, die da im Hintergrund zu sehen ist, die war ja eh nicht eins zu eins die Weltkarte und auch so ein bisschen sehr absurd und abstrakt gezeichnet. Und es wurde ja auch schon mal gesagt, dass es so eine Karte der Welt ist, wie die Menschen in Barbie, in Barbie-Land sich das vorstellen. Also ich kann es natürlich verstehen, dass Vietnam auf sowas sehr empfindlich reagiert, weil das für die halt einfach ein sehr wichtiges Thema ist und weil halt China in der Region halt quasi alles haben will und das dann halt auch sehr bedrohlich sein kann. Aber ich glaube auch, dass da ein bisschen zu viel hineininterpretiert wurde, weil ich habe mir dann diese Karte in diesem Trailer nochmal angeguckt. Das sind auch keine, also das ist ja, wie du schon gesagt hast, das ist einfach so eine sehr absurde Karte, wo einfach so Kontinente durcheinander gewürfelt wurden und da kommt halt aus Asien so eine Linie raus, so eine gestrichelte Linie. Das sind aber auch zum Beispiel nur acht Striche und nicht neun Striche. Aber wer weiß auch, ob das Ganze nicht vielleicht sogar als Kommentar in dem Film sogar aufgegriffen wird. Ich meine, also es gab... Oder es war einfach so ein Versehen. Ich glaube, das war ein Versehen, das war nicht so gemeint. Ich meine, es gab ja andere Filme, die deswegen auch verboten wurden. Genau, zum Beispiel A Bomb... Jetzt kann ich auch kein Englisch mehr. A Bomb. A Bomb. A Bomb-Minable oder Uncharted. Es tut mir leid, es ist sehr, sehr früh. A Bomb. Uncharted. Also Uncharted wird tatsächlich nicht nur in Vietnam verboten, sondern auch in Malaysia und auch in den Philippinen. Genau, und die Philippinen überlegen nämlich jetzt auch Barbie zu verbieten und es gibt aber auch einen Sprecher von Warner Brothers tatsächlich, weil du es jetzt eben meintest, ob das jetzt auch noch im Film aufgegriffen wird, der hat Variety gesagt, die Kritzeleien stellen Barbies fiktive Reise von Barbie-Land in die reale Welt dar. Es war nicht beabsichtigt, irgendeine Aussage zu machen. Die Weltkarte ist ja völlig cartoonhaft und unrealistisch. Also tatsächlich, finde ich, beantwortet das ein bisschen unsere Frage. Das heißt, es war nicht beabsichtigt und dann ist es vielleicht so ein bisschen schade tatsächlich, dass der Film dann verboten wird in den Ländern. Aber ja, wie gesagt, ich kann das natürlich auch verstehen. Ist halt eh immer schwierig, finde ich, wenn Filme verboten werden. Was die sich jetzt im Nachhinein darüber denken, so, boah, hätten wir einfach nicht diese Linie da gemacht. Also irgendein Praktikant wurde gefeuert, der diese Karte erstellt. Ja, aber ich meine, das kann man auch bestimmt im Nachhinein auch wegmachen. Also ich meine, so viel, wie irgendwie im Nachhinein noch aus Filmen rausgeschnitten wird oder wegrotischiert wird oder sowas, ist das jetzt, glaube ich, auch nicht so schwer, das zu machen. Vielleicht. Ich glaube, die Trailer sind jetzt halt schon draußen und die wurden ja schon millionenfach geklärt. Aber kann man die nicht nochmal, also ist es nicht bei YouTube, dass man die so reintürt und die so austauschen kann? Ich weiß nicht mehr, ob das funktioniert. Bestimmt geht das irgendwie. Okay. Keine Ahnung. Das machen wir nämlich auch mit unseren YouTube-Videos. Ich wollte gerade sagen, Jonas, es ist ein Beständnis. Aber tatsächlich kann ich mir vorstellen, ich würde da jetzt keine Verschwörungsmythos draus machen. Aber ich meine, wenn man das jetzt zum Beispiel wieder ändern würde, dann würde ja vielleicht China sich auf die Füße getreten fühlen, oder? Und tatsächlich ist ja das auch ein sehr großer Filmmarkt. Also ich will das jetzt gar nicht, ich sage das jetzt, das ist wirklich eine Spekulation. Kann ich mir auch vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt intendiert ist vom Barbie-Team, da dann vielleicht noch mehr Staub aufzubübeln. Wer weiß. Ja, wer auch gerne Staub aufwirbelt, ist ein Mann namens Tom Cruise. Weil wenn er rennt, dann wirbelt das Staub auf. Und er rennt in seinen Filmen sehr viel. Kann er so schnell rennen wie Lenny? Ja, genau. Ich glaube, ich würde ein Rennen gegen Tom Cruise verlieren. Okay. Es gibt nämlich auch noch einen anderen Mann, der gerne rennt und der auch vieler Staub aufwirbelt. Das ist zum Beispiel Harrison Ford. Der ist ja 80 gewesen, also jetzt Indiana Jones in Indiana Jones und der Ruf des Schicksals. Lenny's Lieblingsfilm. Der so verkörpert hat. Und Tom Cruise hat jetzt gesagt, dass er noch sehr, sehr lange in Mission Impossible Filmen mitspielen will. Der gute Mann ist ja gerade 61 Jahre alt. Und er hat dem Sydney Morning Herald verraten, dass er entschlossen ist, noch mindestens zwei Jahrzehnte lang Filme zu machen. So ähnlich wie bei Harrison Ford. Und er hat auch gesagt, Harrison Ford ist eine Legende. Ich hoffe, dass ich immer noch dabei bin, sagte Cruise. Ich habe 20 Jahre, um ihn einzuholen. Und ich muss sagen, ich bin sehr großer Fan der Mission Impossible Filme. Und ich finde es immer noch krass. Also man kann von Tom Cruise denken, was man will. Aber ich finde es immer noch krass, was der für sein Alter leistet. Absolut. Auch wenn ich jetzt von dem Stunt in Mission Impossible, Dead Reckoning, um den jetzt so viel Aufmerksamkeit gemacht wurde, jetzt nicht so begeistert war. Es war sehr enttäuschend. Auch wenn das bestimmt mega krass ist. Ich fand, es sah einfach nicht so krass aus wie jetzt im Vergleich zu den älteren Filmen. Und ich glaube auch oft, dass so diese krassen Stuntszenen einen vielleicht auch nicht mehr so beeindrucken, weil man auch denkt, hey, okay, das könnte auch CGI sein. Also ich glaube auch, dass man nicht mit dem Hintergrundwissen oder sowas. Das habe ich mir auch oft bei Top Gun oder so gedacht, bei diesen ganzen Szenen, die dann hoch gepriesen wurden. Dass ich dachte, ha, okay, aber ich glaube, der Laie oder die Laien sieht das nicht so unbedingt. Also das ist dann so, man ist so gewöhnt an diese ganz krassen Szenen, die dann alle vielleicht noch heftiger aussehen können mit ein bisschen Special Effects. Ja, aber im Gegensatz zu Harrison Ford rennt Tom Cruise ja wirklich, weil zum Beispiel bei Indiana Jones und der Ruf des Schicksals gibt es ja so eine Szene auch auf dem Zug, wo er dann da langläuft und das ist ja einfach nur ein Modell von Harrison Ford, das da oben drauf läuft. Und das ist jetzt auch die Frage, weil ich finde schon, dass man sich irgendwie so vor Augen führen kann, okay, was ist vielleicht zu alt für einen Actionhelden? Weil ich finde auch, es gibt ja extrem viele alte Schauspieler, Al Pacino und so weiter, die auch noch in Filmen mitspielen und relativ alt sind. Das sind halt keine Actionfilme. Das sind keine Actionfilme. Und ich finde schon, ich weiß nicht, wie es euch ging, dass mir bei Harrison Ford jetzt in Indiana Jones und der Ruf des Schicksals da manchmal so diese Kredibilität verloren ging. Weil man oft sah, okay, der kann eigentlich gar nicht mehr so krasses Stunts machen und auf einem Pferd durch die U-Bahn reiten. Wer kann das überhaupt? Wer kann überhaupt reiten? Wer kann, ja, ich kann reiten tatsächlich, ja. Ich war einmal in meinem Leben. Okay, ich bin vier Jahre lang geritten. Lenni? Nee. Nee, okay. Müssen wir mal einen Ausflug machen. Ihr bitte. Einen Ausritt. Einen Ausritt? Einen Ausritt, ja. Einen Ausritt. Gerne. Aber habt ihr dann keinen Bock, einen 80-jährigen Tom Cruise durch die Gegend flitzen zu sehen? Also. Ich glaube, der wird das auf jeden Fall noch hinbekommen, wenn der so weiter so fit bleibt. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube auf jeden Fall, dass er mit 80 Jahren fitter sein wird als Harrison Ford. Und ich unterstelle ihm das, also jetzt einfach mal. Aber vielleicht wird er dann auch irgendwie eben Mission Impossible Filmen auch einfach wirklich dann nur irgendwie so eine administrative Rolle sein. Und vielleicht irgendwie der Chef vom, hier, wo arbeiten die nochmal? Wie heißt nochmal dieses Ding da? ILM oder sowas? IDF. IVF. IDF. IDF ist das alles. IMF. IMF International. Nee, Impossible Mission Force. Impossible. Scheiße, ich kann kein Englisch. Impossible Mission Force. Aber Abominable, 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 Literally Abominable, Impossible. Ist auch wirklich impossible, das alles auszusprechen. Aber ich glaube auch, dass so eine Mentorrolle, also wie jetzt bei Harrison Ford and Blade Runner oder sowas, sowas kann ich mir dann eher vorstellen. Und ich finde, dann altert man vielleicht so ein bisschen mehr authentischer auch. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, Sylvester Stallone hat ja jetzt auch noch in Netflix Actionfilmen mitgespielt mit 77. Arnold Schwarzenegger macht auch noch Actionfilme. Also ich glaube schon, dass das irgendwie funktioniert. Aber ja, ich, ich, mal gucken, ne? Also. Ja, ich meine, vielleicht funktionieren Mission Impossible Filme ohne Tom Cruise auch einfach nicht. Ja, das, ich glaube, ja. Ja, es hat Jonas Gesicht. Ich glaube auch. Aber ich frage mich, Dead Reckoning Part One zielt hier irgendwie schon so ein bisschen auf ein Finale hin, finde ich? Oder, was meint ihr, also ich habe so ein Gefühl, dass es so ein bisschen so aufwand ist. Jeder, der so Filme zielt auf ein Finale hin. Achso, ja, gut. Die Welt geht unter, ah, wir haben es wieder geschafft. Ja, das ist ja gut. Wir legen die Welt unter. Das ist unsere größte Bedrohung bisher. Hab ich da nicht Fast and Furious gesehen. Exakt, da, da, da geht eine Ordnung. Oder die merchen hier diese Franchise zusammen. Das ist ja passiert rein theoretisch jetzt mit Dead Reckoning Part One. Denn, ähm, die waren an der spanischen Treppe in Rom, waren sowohl Fast X als auch Mission Impossible Dead Reckoning Part One. Also, die beiden, wirklich in einem Jahr wurde Rom komplett zerstört von Dominic Toretto und von Ethan Hunt. Habt ihr das auch mal gehabt mit, ihr kennt doch auch die Transporter-Reihe mit Jason Staffan, ne? Und ihr habt mal bestimmt auch Collateral gesehen mit Tom Cruise. Und da übergibt ja Jason Staffan am Anfang Tom Cruise so einen Aktenordner. Und ich fand immer so, für mich war das immer so, die beiden Sachen wurden gemerged. Okay, du meinst dann Mission Impossible und dann, äh... Auch wenn Collateral oder viel bessere Filme sind, das ist schon Sparta. Ja, das stimmt. Ja, aber das sind auch diese Tropes, die in vielen Actionfilmen vorkommen, ne? Ja. Also der Koffer. Ja, aber warum hat Jason Staffan, warum war da eigentlich da drin? Das hätte doch auch jede Person sein können, oder nicht? Ja, das hättest du sein können. Ja, ich hätte es sein können. Wann ist, wann ist der rausgekommen? 2005 oder 2006? Ich glaube 2006. Mit sechs Jahren wäre ich dann da mit so einem Silben. Hallo, bin ich schön, ihr habt doch einen Gruß. Wie alt warst du 2006? Je nachdem, wann das 2006 war, war ich da entweder fünf oder sechs. Oh, süß. Genau, ja. Was auch süß ist, sind die Filme von Xavier Dolan. Beziehungsweise sind nicht wirklich süß, doch eigentlich schon, sie sind bittersüß, würde ich sagen. Also viele seiner Filme. Er ist ein Independent-Regisseur und Autor und er hat wirklich viele gute Filme gemacht. Zum Beispiel Mother, nee, nicht Mother, doch Mami, Mami, Gott, Mami heißt der Film und I Killed My Mother. Und auf jeden Fall hat er halt mit 19 Jahren Filme, Filme angefangen zu machen und er ist Kanadier. Und er hat jetzt in einem Interview gesagt, dass er aufhören möchte, Filme zu machen. Er hat übrigens auch noch die Musikvideos von Adele zu Easy on Me und Hello gemacht. Das ist nicht ganz so wichtig. Aber das finde ich voll spannend, weil das merkt man ja schon mal, dass er vielleicht ein Regisseur ist, der auch mal Musikvideos machen muss. Also es ist ja voll oft so, dass Regisseure auch Musikvideos machen, um meistens Geld zu verdienen. Weil dann irgendwie zum Beispiel Filme oder sowas, wenn das eher mehr auf dem Arthouse-Spektrum ist, würde ich mal sagen, ab und an auch ein Musikvideo inszeniert wird, um große Asche nach Hause zu bringen. Oder was auch ganz oft ist, dass die ganz viel Werbung machen. Ich glaube Ridley Scott und vor allem Ridley Scott hat in seinem frühen Leben sehr, 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 sehr viel Werbung gemacht und hat dadurch halt so diese Ästhetik entwickelt, die er halt in all seinen Filmen hat. Man kann von seinen Filmen halten auch, was man will. Ich finde, er hat sehr viele gute Filme und er hat auch sehr viele nicht so gute Filme, aber die sehen immer echt geil aus. Ja. Also der hat so ein Händchen für Ästhetik. Ich habe ja jetzt auch letztens eine Kampagne gesehen von Jim Jarmusch und ganz vielen so diesen Independent-Regisseuren, die alle mit Yves Saint Laurent, glaube ich, eine Kollaboration gemacht haben und auch in der Werbung sozusagen aufgetreten sind. Also sogar mit Gesicht, also gemodelt haben und so. Und das finde ich dann auch irgendwie ganz spannend. Ich finde es witziger, wenn sie das mal mit Yves von Moviepilot machen würden. Ja, du hast recht. Nein, habe ich nicht. Aber ja, du warst gerade mit von Savio D'Olanda mal erzählen. Richtig. Er hat es... Mögt ihr meine Witze? Ich mag sie sehr. Ja, klar. Ich mag sie sehr. Wie süß, du es gesagt hast. Ich mag sie wirklich sehr. Ich mag sie auch sehr. Dann mache ich die weiter. Sonst hätte ich es auch gehört. Aber ich frage mich dann, stell dir mal vor, das macht irgendwann Stand-Up-Comedien, steht auf der Bühne. Mögt ihr meine Witze eigentlich? Mario. Bo Burnham immer. Ja. Das ist wirklich so. Das stimmt. Sorry, sorry. Kommen wir zurück zu Xavier D'Olanda, der in einer spanischen Zeitung darüber geredet hat, dass er eben keine Filme mehr machen möchte. Er hat sich nämlich darüber beklagt, dass das ein ziemlich anstrengender Job ist, vor allem in der Independence-Szene, wo du keine Sicherheit von einem Studio hast, wo du eben kein großes Marketing hast, wo es keine Kassenschlager sind, wo du eben mit einer einzigartigen Idee ankommst und die eben vermarkten musst. Und da müssen da eben Leute in die Filme gehen. Und das funktioniert häufig nicht so gut, denn es muss eben an Festivals gut anlaufen und man muss viel Glück haben, dass der Film eben so gut ankommt oder dass es überhaupt so ein Kassenschlager wird. Und das sind seine Filme eigentlich gewesen, beziehungsweise sie sind bei den KritikerInnen sehr, sehr gut angekommen und ich finde viele seiner Filme auch sehr, sehr, sehr gut. Aber er sagt trotzdem, dass es jedes Mal ein Akt ist und ein psychischer Akt, da zu gucken, okay gut, kommt mein Film jetzt gut an. Wird er gut wahrgenommen von der Kritik? Wird er gut an den Kassen wahrgenommen? Und er hat sich jetzt bei Instagram auch nochmal dazu geäußert, denn er wollte nochmal betonen, weil alle sind so total ausgerastet, Alexavier Dolan-Fans, oh mein Gott, er wird jetzt aufhören Filme zu machen. Aber er hat gesagt, dass er nur aufhören wird, Filme zu machen. Serien zum Beispiel hat er gesagt, würde er auf jeden Fall machen, wenn er da die nötige Sicherheit hätte, wenn da eben ein Streaming-Dienst hinter ist. Und auch, dass er als Schauspieler nicht aufhören wollen würde, weil er ist ja auch Schauspieler gewesen, hat ja auch unter anderem in, ich glaube, It Chapter 2 auch mitgespielt. Und bei Times of the Ad Royale. Genau. Ach, echt? Mhm. Ja. Ja, es ist so. Cool. Ich muss nochmal kurz ein Bild von dem angucken, dass ich so. Der ist auch noch relativ jung. Der ist immer so recht klein dabei in den einzelnen Sachen. Ja, das stimmt. Aber ich liebe auch seinen Film Laurence Anyways. Das ist auch einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Und deswegen war ich auch, als ich die Nachricht gehört habe, war ich so, oh mein Gott, bitte nicht. Ich fände das so schade, wenn er keine Filme macht. Und wenn er das jetzt, ich meine gut, Serien, da muss man sich damit vielleicht abfinden. Aber ich finde das schon krass, wenn irgendwie ein Regisseur, der ja auch, also auf jeden Fall erfolgreiche Filme im Sinne von qualitativ gute, die irgendwie bei der Presse und bei den KritikerInnen so gut ankommen. Und wenn der dann schon sagt, okay, ich will keine Filme mehr machen, dann läuft ja irgendwie was falsch in der Branche. Finde ich auch. Vor allem, wenn man auch mal darüber nachdenkt. Also einer meiner Lieblingsfilme von ihm ist einfach das Ende der Welt, heißt er auf Deutsch. Den französischen Titel kann ich ja aussprechen. Und da spielt zum Beispiel Vincent Cassel mit. Und das heißt, dass er eigentlich schon irgendwie so ein gewisses Standing auch hat, dass Leute sich denken, okay, ich möchte mit ihm zusammenarbeiten und auch eben hochkarätige SchauspielerInnen. Nur, dass dann am Ende jetzt das trotzdem nicht ausreicht, dass er sagt, der Drug ist einfach zu hoch. Ich bin unzufrieden damit. Dann ist das schon, finde ich, eine ziemlich krasse Nachricht. Ja, und ich weiß halt auch nicht irgendwie, weil wir reden ja auch immer viel über Blockbuster und ich meine, jetzt kommen ja auch irgendwie die Sommer-Blockbuster raus nächste Woche, Barbie und Oppenheimer. Aber es gibt ja schon auch viele Filme, die unter dem Radar laufen, die dann ja wir auch nicht irgendwie besprechen, weil die natürlich dann auch nicht so viel Publikum haben oder sowas. Und ich glaube schon, dass die Tendenz dann immer weiter dahin geht. Also, dass man dann entweder sich irgendwie mit Streaming-Anbietern Deals machen muss oder dass man, glaube ich, als so Independent-Regisseur oder Regisseurin struggelt. Ja, wenn man halt nicht sowas dann macht wie zum Beispiel Musikvideos oder Werbung, wo dann halt Geld dahinter steckt. Ja, traurige Geschichte auf jeden Fall. Ja, also ich stelle es mir vor allem auch schwierig vor, wenn du wirklich ein Herzensprojekt hast und da wirklich all deine Mühe, deine Kraft, deine Liebe reinsteckst und dann am Ende das nur so semi-gut ankommt beziehungsweise nicht den Erfolg einbringt, den du dir erwünscht hättest. Und viele haben auch eben online vorgeworfen, okay, du bist Filmemacher, du weißt, worauf du dich einlässt. Aber es ist ja trotzdem immer noch mal was anderes, ob man persönlich einfach dafür gemacht ist. Ja, man kann ja nicht einfach jetzt dann wie ein Stein sein und sagen, okay, das ist jetzt so, da habe ich mich drauf eingelassen, deshalb darf ich nicht heulen. Genau. Man kann sich ja trotzdem drüber erschweren. Genau. Nicht jeder Mensch kann Uwe Boll sein. Ja. Aber er hat ja auch aufgehört, Filme zu machen. Ja. Leider. Aber ich glaube auch gerade, wenn man so jung in die Branche eingestiegen ist, wie Dolan, also mit 19 hat er I Killed My Mother inszeniert. Ich finde, das ist schon krass. Mit 19 habe ich ein FSJ gemacht. Ja. Und habe irgendwelche Fastnachtsveranstaltungen gefilmt. Ah, wirklich? Ja, tatsächlich. Okay, aber guck mal. Stell dir mal vor, dafür hättest du dann schon so weltweite Resonanz bekommen. Für die Fastnachtsveranstaltung. Für den Ritschle Ball. Für den Ritschle Ball, ja. Ritschle Ball. Von Jonas Ressel. Genau. Ja. Ich würde aber einmal noch kurz auf so eine Brücke schlagen. Es gibt auch so ein, ich würde sagen, die sind nicht unbedingt vergleichbar, aber so alterstechnisch. Es gibt einen amerikanischen Regisseur und Drehbuchautoren, Cooper Rafe. Der hat unter anderem Shithouse inszeniert und letztes Jahr Cha-Cha Real Smooth. Und das sind auch so zwei kleine, recht kleine Filme gewesen. Aber die hatten eben einen, zum Beispiel Cha-Cha Real Smooth ist bei Apple TV Plus erschienen. Und der hatte dann eben so noch ein gewisses Studio hinter sich und ist dann nicht ein kompletter Independent Film gewesen. Und ich glaube, es kommt halt eben wirklich darauf an, unter welchen Umständen man einen Film macht. Wer einem dann eben noch Geld gibt und alles. Aber Xavier Duran geht's gut. Er hat noch am Ende seine Instagram-Nachricht geschrieben. Amos morgen nicht. April, April. Oder nee, was hat er gesagt? Nein, nein, er hat geschrieben, ihr müsst morgen nicht befürchten, dass ich mit einem Buzzcut und gebliehten Haaren ein Selfie von mir hochlade. Oh, war das eine Referenz an Britney Spears? Okay. Oh, stimmt. Hab ich gar nicht dran gedacht. Ein bisschen unpassend, tatsächlich. Aber gut. Ich muss auch dazu sagen, du hast auch schon gesagt, dass wir öfters mal halt, also eher so, das bekommen wir auch manchmal in den Kommentaren so zurück, dass, warum habt ihr jetzt den Film reviewt und den anderen nicht? Und bei uns ist es halt auch ganz oft so, wenn wir halt so kleinere Filme machen, das machen wir auch sehr gerne, wenn wir auch kleinere Filme gerne mal unterstützen wollen, wenn die halt besonders gut sind. Oder kleinere Filme, wenn die halt besonders schlecht sind, ist halt auch ganz witzig, sowas zu machen. Aber wir kriegen dann halt auch nicht die Resonanz zurück und wir müssen halt immer so eine Waage finden zwischen Sachen, die halt funktionieren und die nicht funktionieren. Und deshalb ist es auch ganz oft so, dass wir halt so kleinere Filme dann auch hier im Podcast einfach besprechen, wo wir dann einfach auch mehr Filme besprechen können, weil jede Woche kommen 10 bis 20 Filme raus und wir können nicht zu jedem einzelnen Film eine Kritik machen. Exakt. Und wenn man sich dann noch unsere Top-Listen am Ende des Jahres anguckt, sieht man dann eben auch, dass dann noch meistens diese kleinen Filme, auch wenn sie... After Sun. Genau, After Sun. Ist dann auch mit dabei. Obwohl ich den leider dann nach unserem Podcast erst geguckt hatte. Ich auch. Deswegen hat er es nicht in meine Top-Liste getroffen. Ach ja, Jonas. Ich schäme mich immer noch für meine Meinung. Ich habe auch richtig Angst gehabt, dass ich den nicht so toll fanden würde. Aber ist das ja ein Legitim. Ja. Wie? Du grinst aber, es ist legitim. Ja, es ist legitim. Wenn du jetzt an der Pressure anstimmen würdest, ich würde weinen. Dimm, 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 dill. Tatsächlich. Aber hattest du auch ein kaltes Herz mit den Starts diese Woche? Nee, tatsächlich nicht, weil unter anderem ist Mission Impossible Dead Reckoning Part One gestartet. Ich möchte für euch mal kurz den Titel eins zu eins ins Deutsche übersetzen. Ja, hau raus. Mission Unmöglich, Koppelnavigation Teil Eins. Hm, das klingt spannend. Das klingt wie ein Manta-Manta-Sport. Koppelnavigation klingt so dumm. Dead Reckoning klingt, ich finde, das klingt wie ein Zombiefilm. Aber Dead Reckoning ist Koppelnavigation? Ja. Aber Dead heißt doch Tod, oder? Ja, aber das ist wahrscheinlich so. Im Deutschen gibt es halt nur den Begriff dafür, der englische Begriff ist halt cooler. Okay. Das ist ja auch Toter Winkel. Das ist ja auch ein guter Winkel. Stimmt. Aber Mission Impossible, Toter Winkel ist übrigens geil. Das klingt irgendwie wie so ein alter James-Bond-Film. Ja. Stimmt, Toter Winkel. Toter Winkel. Oder Winkel des Todes. Winkel auch. Aber es wäre so lustig. Oh nee, es wäre überhaupt nicht lustig, weil da Leute sterben könnten. Aber wenn das dann so ein Film wäre. Xena nimmt es zu ernst. So tot. Ja, aber ich meine Toter Winkel heiße ich umsonst Toter Winkel. Aber wenn dann das ein Film wäre, wo dann halt James Bond einfach nur so zur Fahrschule geht. Und dann der Fahrlehrer so. Wo er dann wirklich seinen ganz schlimmen Fahrstil abtrainieren muss. Genau, ja. Da gibt es ja auch eine Szene in Mission Impossible. Ja. Oh ja. Stimmt, da gibt es auch eine, die sich darauf bezieht. Ja genau, der Film startet diese Woche in den Kinos. Was soll ich noch zu Mission Impossible sagen? Das ist Tom Cruise rettet die Welt und wird dabei in die absurdesten Stunts reingeworfen. Punkt. Nichts, was Marius schon in seiner Kritik gesagt hat. Genau, Marius hat eine Kritik letzte Woche dazu gemacht. Die verlinken wir auch gerne, falls ihr da direkt hinzu wollt. Aber das war natürlich nicht der einzige Start der Woche. Eine Serie ist gestartet mit dem Titel Great Expectations. Und dieser Titel könnte vielleicht dem einen oder der anderen bekannt vorkommen. Weil das ist tatsächlich ein Roman von Charles Dickens. Und diese Serie ist quasi eine Verfilmung dieses Romans. So eine Miniserie sein mit sechs Episoden. Startet auf Disney+. Und es geht im Prinzip um einen weisen Jungen, der seine Kindheit als Schmiedelehrling verbracht hat. Und dann plötzlich von einem unbekannten Wohltäter einen Geldsegen erhält. Und ich habe das Buch nie gelesen. Habt ihr das jemals gelesen? Ich habe es tatsächlich in meinem Buchregal stehen. Und ich meine, wir kennen es. Man kauft sich diese Klassiker. Und dann sagt man sich so, ich lese Moby Dick. Und ich habe ihn natürlich... Moby Dick wollte ich auch erst mal empfehlen. Ja, ich habe ja wirklich... Das ist ganz, ganz schlimm. Wenn man in mein Zimmer reinkommt, denkt man erst, ich bin eine mega die belesene Person. Aber ich habe so 40 Prozent leider nie geschafft zu lesen. Also du hast nur so eine Fassade gemacht. Hinter der Fassade ist die Leere. Ja, genau. Kulturelles Kapital. Ich habe so Don Quixote, glaube ich, auch die ersten 50 Seiten mich durchgequält. Und ich konnte es einmal nicht weiterlesen. Tatsächlich, ich habe das auch mal angefangen zu lesen. Und ich fand es auch enorm anstrengend. Ja. Aber was ich sehr empfehlen kann, was auch ein sehr alter Roman ist eigentlich, von Jonathan Swift. Nicht von Taylor Swift. Gulliver's Reisen. Danke, dass du es nur mal erklärt hast. Gulliver's Reisen ist, glaube ich, schon 300, fast 300 Jahre alt. 200, 300 Jahre alt. Und das liest sich immer noch... Das kannst du so in einem Film durchlesen. Ich wünschte, ich hätte das lieber geguckt als den Film mit Jack Black. Der ist furchtbar. Oh ja. Den habe ich ganz, ganz früh geguckt als Kind. Ich auch. Hot Take. Ich finde den gar nicht so furchtbar. Mir macht der voll Spaß. Ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Jonathan Swift im Graben drehen würde wahrscheinlich. Ich habe auch eine richtig gute Buchempfehlung. Die ist auch schon echt alt. Die Bibel. Oh, sehr gut. Ja. Das ist dein Lieblingsbuch aus der Bibel. Genesis. Das ist dein Lieblingsbuch. Hieroglyphen. Aber das heißt, die Miniserie, wo startet die? Hast du schon erzählt? Auf Disney Plus startet die. Auf Disney Plus, okay. Genau, da sind aber auch sehr viele, sehr bekannte Leute mit dabei. Unter anderem Olivia Colman. Und auch Fion Whitehead. Den sieht man auch immer öfters. So am bekanntesten ist der, glaube ich, durch Dinge geworden. Bannersnatch. Black Mirror Bannersnatch. Und ich glaube, Dunkirk hat er auch mitgespielt. Ja, aber da hat er nur so eine Nebenrolle. Ja. Aber ich mag den sehr gerne. Ich habe den mit Finn Wolf gerade verwechselt. Ja. Die haben aber auch so eine Ähnlichkeit. Ich finde, die haben so dieses so sehr schmale, viktorianische Gesicht. Ich habe es nur vom Namen her. Ach so, okay. Schmale, viktorianische Gesicht. So Timothy Charlemagne-Ming. Und die sehen aus wie Nerds. Nerds. Das heißt, er verkörpert die Rolle des Protagonisten. Ja. Habt ihr den später dazu geschaut? Weil ich finde, der sieht echt interessant aus. Ja, ich habe den mir auch angeguckt. Und ich finde, ich habe irgendwie voll Bock auf die Serie. Ich glaube, ich werde die sogar anfangen. Weil ich meine, ich weiß ja noch nicht, was in dem Buch passiert. Deswegen, ja. Und Olivia Colman gucke ich eh immer gerne. Sie ist immer überall. Genau. Und ihre Rolle in der Serie erinnert mich sehr an The Favourite. Hat mich auch dran sehen. Ja, deswegen ... Ein bisschen verrückter. Genau. Ein bisschen absurder. Und, was dann auch im Trailer stand, wird von Ridley Scott und Tom Hardy mitproduziert. Also es sind einige große Namen mit dabei. Sieht sehr interessant aus. Es ist aber nicht das Einzige, was diese Woche startet. Es kommt auch ein Film in die Kinos. Der heißt Rodeo. Und da geht es ... Rodeo? Oder Rodeo? Das Rodeo. Das ist ein rohes Ding. Rodeo? Rodeo? Wie auch immer. Rodeo? Ja. Und da geht es um eine Frau namens Julia. Und die verarscht gerne Männer. Weil die denken, dass sie sich nicht mit Motorrädern auskennt. Aber sie kennt sich da sehr gut aus. Immer diese Feministen. Und eines Tages trifft sie auf eine Biker-Gang, deren Anführer im Knast sitzt. Und sie will sich beweisen und übernimmt dann so kleinere Aufträge und Betrügereien. Und es wartet dann ein großer Coup, der ihre Loyalität auf die Probe stellen soll. Hat einer von euch den Film gesehen? Ich habe diesen Film geguckt in der Pressevorführung. Rodeo? Rodeo? Rodeo. Ich war die einzige Person in dieser Pressevorführung. Der ist doch wirklich die einzige. Echt? Wow. Wieso wohl? Niemand wollte diesen Film gucken. Der lief letztes Jahr auf dem Cologne Film Festival auch. Und ich habe den leider verpasst, weil ich wollte den gucken. Weil mich dieses eine Still, womit der Film angepriesst, wurde sehr gecatcht. Und ja, es geht um so Dirtbike-Fahrer. Sind das Dirtbike-Fahrer? Was sind das? Motocross. Motocross. Motocross und so Quads haben die auch im Trailer. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich mit der Szene wenig aus. Es tut mir super leid. Also wenn ihr euch da auskennt, beleidigt mich gerne. Schmeiß Lenni in den Dirt. Richtig. Ich war früher tatsächlich ... Du warst ein Dirtbike-Fahrer. Nee, gar nicht. Ich war mit meinem Onkel, der hat so einen Motocross gehabt. Der ist auch immer so die Wälder hochgefahren wie so ein Irrer. Und ich war mit dem früher öfters mal auf so Motocross-Rennen. Das ist schon voll krass. Dann hast du dich in so diese Kugel reingestellt und bist dann so ... Kennst du das? Die Kugel? Wie bei Ghost Rider? Oder wie bei dem Simpsons-Film, wo du diese Kugel hast und dann fährst du mit diesem Dirtbike so die ganze Zeit ... Ach so, ich habe gerade gedacht, du meinst so eine Kugel, so eine Plastikkugel, wo man so drin ist und dann so ... Ach so, nein. Dass du es so rumrollen lassen kannst. Und das wollte ich auch immer mal machen. Ich auch. Lass das mal machen. Ja, bitte. Aber was sind denn ... Also Dirtrider sind dann die Leute, die auf den Bikes fahren? Oder was? Ja, wahrscheinlich. Also Mountainbiken. Also es geht eben darum, dass es so eine Gruppe an illegalen Motorradrennen, Stuntfahrten und so gibt. Und es geht auch immer darum, eben sein Motorrad immer weiter zu pimpen. Und die holen sich diese ganzen Einzelteile durch gewisse Coups, wo die sie halt Sachen klauen und eben so ein bisschen auch tauschen und alles. Und das ist ganz cool, so diesen Einblick in diese Szene zu bekommen. Und auch das Schicksal der Protagonistin ist auch sehr interessant. Aber der Film verläuft sich dann so ein bisschen und weiß nicht genauso, wo er hin möchte und geht nicht so ganz in die Tiefe, bleibt relativ auf der Oberfläche. Also es ist ganz cool, eben diese ganzen Tuning-Sachen zu sehen. Aber viel erfahren darüber, wie jetzt ungefähr, was da funktioniert, wie diese gesamte Szene aufgebaut ist, das tut man nicht. Und auch das Schicksal von Julia ist auch so standardmäßig. Also es ist nichts, was man nicht immer irgendwie schon mal gesehen hat, so eine Aufsteigsgeschichte von irgendeiner Person, die in irgendeine Szene irgendwie reinkommt. Also es ist sehr sehenswert. Also die ist sehr gut gefilmt und hat ein paar echt coole Elemente mit den Dirt Riders. Aber ja. Sind die Fahrszenen cool? Die Fahrszenen sind cool, ja. Okay. Aber ja. Kann man machen, muss man nicht. Okay. Vielleicht nur was für Dirt Rider. Aber was? Aber Dirt Bags. Dirt Bags, ja. I just cause I'm just a teenager. Ja, egal. Lenny singt halt voll viel. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin in guter Laune. Ähm, mein, ich glaube meine toxische Eigenschaft ist. Okay, jetzt kommt's. Dass ich der Meinung bin, dass ich so ein, bei so einem Rodeo, äh, voll lange aufhalten kann. Bei diesen, bei diesen, kennt ihr das nicht, so in irgendwelchen Bars in den USA, das ist da immer diese, diese. Bei den Bullen. Genau, bei den Bullen. Ich glaube, ich glaube, da könnte ich lange drauf sitzen. Was ist daran toxisch, was? Weiß ich nicht. Also, dass ich behauptet, also, dass ich glaube, dass ich das kann, obwohl ich das ein oder was ja nicht schaffe. Ja, das sagt man ja oft als so Internet-Trend, so mein toxischer, meine toxische Eigenschaft ist, dass ich denke, ich bin in irgendwas total krass, obwohl ich da noch nie was mit zu tun hatte. Also zum Beispiel sowas oder Leute sagen auch zum Beispiel, wenn ich auf ein Harry Styles Konzert gehen würde, dann würde er sich mich verlieben. Und ich weiß das einfach. Also nicht ich, aber manche Leute im Internet. Ähm, ja. Was ist deine toxische Eigenschaft, Jonas? Ich weiß es nicht. Du fragst danach, ob unsere, deine Witze gut sind. Nee, ich glaube, meine toxische Eigenschaft ist, dass ich mich sehr gut mit Mantel- und Degen-Filmen auskenne. Ja, okay. Also das heißt, du würdest... Das ist ja schon oft, dass mal behauptet wurde. Ja, du würdest denken, dass du gut mit dem Degen umgehen kannst, obwohl du noch nie einen Degen in der Hand hattest. Ich war im Kendo drei Jahre lang. Alles klar. Aber ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes. Ganz ehrlich. Aber es ist auch ein Schwert. Ich fände es toll, wenn man einfach irgendwas behauptet und Jonas hat irgendwas Ähnliches mal in seinem Leben gemacht. Wahrscheinlich, ja. Ich bin Slumdog Millionär. Okay. Aber Lenny, wolltest du das einfach nur mit uns teilen oder hat das irgendwas mit Dirt Run an jetzt zu tun? Nee. Okay. Was ist es bei dir? Ich weiß es nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich würde mich so richtig gut mit so Schauspielerinnen verstehen. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich sie jetzt so Social Ronin oder sowas sehe, ich habe das Gefühl, wir würden, also wir wären so beste Freundinnen, obwohl sie mich nicht kennt und ich sie nicht kenne. das habe ich mal schauen. Oder Florence Pugh. Ich glaube, wenn ich sie irgendwie so im Internet sehe oder sowas, dann bin ich immer, sie ist so relatable. Die viel wichtigere Frage ist, wärst du gut mit Tom Hanks? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht. Vielleicht aber auch doch. Oder mit seinem Sohn. Oh, Chad Hanks. Also da kann ich definitiv sagen. Für alle, die nicht wissen, Chad Hanks. Googelt einfach mal Chad Hanks. Ja. Das ist ein sehr interessantes Thema. Irgendwann machen wir mal ein Special zu Tom Hanks und nehmen sein Leben unter die Lupe und werden ein für alle mal die Frage klären, ob Tom Hanks ein Arschloch ist. Wir werden ihn nur noch einladen und wir fragen ihn dann selbst. Ja. So im Investigativjournalismus, sind sie ein Arschloch? Und er würde wahrscheinlich sagen, ja. Ja, klar. Ich dachte, das wäre kein Geheimnis mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Person, die für mich auch immer ein Arschloch war, war Willy Wonka. Denn es ist keine Person, das ist eine Figur. Ja, aber eine Figur, was? Ich dachte immer, sie wäre real. Ich fände es auch so cool, wenn man in so eine Paralleldimension gehen würde, in so eine parallele Welt und dann bei Filmen passiert das alles echt und da müssen, wenn dann bei so einer Schlacht so 100.000 Leute sterben, dann müssen dann wirklich 100.000 Leute sterben. Mega cool. Das kommt mir dann richtig entgeistert an. Das ist so ähnlich wie bei Babylon, wo das ja wirklich bei dieser einen Schlachtszene Menschen gestorben sind. Ja, aber halt so richtig, richtig. So richtig, richtig. Ich fände das, glaube ich, sehr schlimm, aber... Star Wars ist nicht... Nee, ich meine nur so als Gedankenexperiment. Ach so. Boah, ich wünsche mir so diese Welt. Du hast so dabei gelacht, deswegen war ich so... Ist schon aber klar, dass Filme nicht echt sind, ne? Ja. Okay. Aber ich weiß, was du meinst. Manchmal habe ich das Gefühl, ich würde gerne so eine Garantie haben, dass manche Szenen, die auch so historisch sind, genau so stattgefunden haben. Also ich würde gerne manchmal diese historische Akkuratheit irgendwie bestätigt bekommen. Aber das steht doch drauf, nach wahren Begebenheiten, dann ist das doch zu 100 Prozent so passiert. Du sagst es. Naja, ich wollte eigentlich über Willy Wonka reden, weil ich finde, dass in Charlie & Schokoladenfabrik und vor allem auch in dem Original Charlie & Schokoladenfabrik, habt ihr den mal gesehen? Ja. Ja, ich liebe Gene Wilder. Ja. Ich fand den da toll. Ich fand den auch richtig gut. Ich finde auch, dass seine Performance, das ist jetzt auch mega der Hot Take, aber ich finde die immer besser als von Johnny Depp. Ich auch. Obwohl viele ja Johnny Depp auch, das ist eine seiner Paraderollen und ich finde auch zu Recht, weil er hat schon so dieses bestimmte Charisma, aber ich finde auch, dass er in dieser Charlie & Schokoladenfabrik-Verfilmung, wenn man den Alten kennt, immer so ein bisschen, wenn, ich weiß nicht, sehr creepy wirkt und der Original Willy Wonka hatte noch sowas sehr liebevolles, was dann irgendwie total verloren gegangen ist. Das fand ich immer so ein bisschen schade. Was da vielleicht auch ein bisschen mitspielt ist, dass das halt so eine klassische Johnny Dobb, Johnny Dobb, Johnny Depp-Rolle war. Genau, eben. Und da ist halt immer dieser Johnny Depp-Stempel so drauf. Und Willy Wonka wird ja jetzt erneut verfilmt, beziehungsweise nicht Charlie & Schokoladenfabrik, sondern es gibt eine Art Prequel zu Willy Wonka namens Wonka. Und da ist jetzt am Dienstag, also gestern, nee, also diese Woche Dienstag, für uns gestern, ein Trailer rausgekommen. Willy Wonka wird gespielt von Timothy Chalamet. Natürlich, nice. Und Olivia Colman, über sie haben ja auch schon geredet, ist auch mit dabei. Und ja, das soll eben die jungen Jahre von Willy Wonka verfilmen und wie er die Oompa Loompas kennenlernte. Und da sind wir schon beim Thema Hugh Grant spielt einen Oompa Loompa in diesem Film. Und habt ihr den Trailer gesehen? Wie fandet ihr ihn? Und was haltet ihr von Hugh Grant als Oompa Loompa? Ja, ich fand, ich habe den Trailer mir schon auch noch gegönnt. Und dann, ich muss sagen, ich fand den, ich habe mir, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet davon. Ich fand, das sah noch alles sehr nett aus. Und ich hoffe, da kommt noch irgendwas Düsteres mit rein, weil ich finde, der wirkte schon irgendwie eher, das ist schon so ein bisschen weird und sowas, wie die ganze Welt, auch dann, dass plötzlich Leute fliegen und sowas, wenn die Schokolade essen. Aber ich hoffe, da kommt noch irgendwie so ein kleines, düsteres Element rein. Wobei ich mal auch sagen muss, der Film ist von Paul King, der hat Paddington 1 und 2 gemacht. Und ich glaube, es gibt keine Filme, die mehr wholesome sind als diese Filme. Paddington 2, der beste Film aller Zeiten. Also, ich fand ihn ganz gut. Aber, ja, ich bin dann doch gespannt. Aber was mich natürlich sehr überzeugt hat, ist Timothee Chalamet, weil er ist Timothee Chalamet. Okay, spannend. Was sagst du, Lenni? Ich habe richtig Bock drauf. Ich finde, Paul King ist wirklich ein King. Also, ich weiß nicht, ich liebe seinen Stil. Ich liebe es, wie extravagant das alles ist, wie er mit diesen Farben spielt. Und ich will, dass sich alle da draußen unbedingt mal sein Regie-Debüt angucken, nämlich Bunny and the Bull. Das ist so ein toller Film. Also, wirklich, der ist so klein und die Kulissen sind da super mit irgendwie Kisten und so ausgestattet. Also, die haben das wirklich so richtig mit Handarbeit alles gemacht. Also, das ist so eine kleine Märchenreise und das ist super toll. Also, Bunny and the Bull kann ich auch sehr empfehlen. Das zeigt halt wirklich, was für ein Genie wirklich Paul King. Ein magisches Genie. Genau. Und ich habe richtig Bock drauf. Und auch der Cast, der hat ja auch so ein paar Leute, die immer mitspielen. Hugh Grant, Sally Hawkins und Matt Lucas, den man aus Little Britain zum Beispiel kennt. Und ja, dieses Produktionsdesign ist so toll. Ich habe Bock drauf. Ja, ich freue mich. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen kritscher vielleicht, aber ich glaube auch, vielleicht liegt es daran, dass ich noch nicht so eine Weihnachtsstimmung bin. Weil ich finde auch bei Paul King war ich total direkt eigentlich okay. Ich kaufe den, den Film. Du kaufst Paul King. Ja, genau. Das ist deine toxische Eigenschaft. Du glaubst, dass du ihn kaufen kannst. Genau, Menschenhandel ist meine toxische Eigenschaft. Nee, ich, Gott, dieses Zitat aus dem Kontext gerüstet. Der kommt ja erst am 14. Dezember in die deutschen Kinos. Und deswegen glaube ich auch, dass ich ein bisschen Zeit noch brauche, vielleicht um mich so auf den Film einzustellen. Ich habe beim Trailer eher gedacht, weiß ich nicht, ob der mir nicht auch zu glatt ist oder so. Oder ob ich nicht dann ein bisschen mehr noch brauche. Jetzt bei der dritten Verfilmung von Willy Wonkas Geschichte. Oder ob auch Timothee Chalamet die Rolle füllen kann, war ich mir auch nicht so sicher. Weil ich hatte das Gefühl, er war so, es ist so sehr von der Stange gespielt, so ein bisschen. Also wie man eben so ein bisschen quirky, so ein bisschen so mit Eigenarten. Genau, da fehlt noch so, ich weiß nicht, fehlt noch so der Charakter. Ja, ja. Was, was ihn jetzt letztendlich dazu macht, dass er das jetzt ist. Aber tatsächlich ist es ja auch nur der Trailer. Deswegen, ich bin gespannt. Oftmals ist es ja dann so, sobald mehr Szenen rauskommen, dass man da noch überzeugter ist oder dass man da sich dran gewöhnt hat. Also er hat sich halt für den Dune Trailer ein bisschen mehr anstrengen müssen. Vielleicht war er für den Willy Wonka Trailer nicht mehr so präsent. Und ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eine Rolle von ihm sein wird, wo wir mal wirklich was anderes aussehen. Weil ich finde schon, dass Timothee Chalamet ein krasser Schauspieler ist, also ohne Frage, aber auch oftmals, also er ist noch nicht so eine krasse Range hatte vielleicht, also an Figuren. Aber sehr viel Drama. Ja, genau, sehr viel Drama. Und ich meine, gut, das ist wahrscheinlich jetzt auch ein Drama, aber er ist ja wirklich so eine, also er ist ja wirklich ein Charakter eigentlich. Aber in Don't Look Up hat er auch eine funny Rolle gespielt. Das stimmt. Ja, du hast recht. Stimmt. Don't Look Up fällt da so ein bisschen raus. Apropos Don't Look Up. Dachte sich das auch Napoleon, weil er so klein ist. Noch, das ist, hey, ich finde das eine super Überleitung. Wenn er klein ist, muss er doch ablucken, oder? Ja, genau. Aber er will ja dann eben nicht, also er will ja nicht, dass Leuten auffällt, dass er klein ist, deswegen dachte er sich bestimmt, Don't Look Up. Ich fand das sehr gut. Danke, danke schön. Ridley Scott's Napoleon hat auch einen Trailer bekommen. Wir sind ja hier in unserer großen Trailer-Reaction-Part im Podcast. Und der ist am Montag erschienen. Joaquin Phoenix spielt Napoleon Bonaparte. Und der Film soll im November diesen Jahres in die Kinos kommen. Und ja, gemacht wird der Film von Ridley Scott. Und das Dream-Duo Joaquin Phoenix und Ridley Scott hat das letzte Mal bei Gladiator zusammengearbeitet. Also das ist schon ganze 23 Jahre her. So alt wie Lenny ist. Und ich bin noch keine 23. Ja, aber Gladiator kam 2000. Und du kamst auch 2000. Lenny, der Gladiator, kam 2000. Lenny, der Gladiator ist auch mit von der Partie. Sie spielt die Liebe seines Lebens. Josefin. Josefin, okay. Hast du auch die Napoleon Bonaparte-Biografie gelesen, Jonas? Tatsächlich nicht, aber ich finde, das ist eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Ich habe mich früher sehr viel mit ihm beschäftigt. Aber ich habe nie eine Biografie von ihm gelesen. Ich habe aber das ein oder andere Werk von über ihm gesehen. Also Film und Serien. Ich glaube aber, du und Napoleon, ihr werdet keine Freunde gewesen. Ja, weil ich kein Französisch kann. Nicht so viel. Und er hatte Eilorophobie. Eilorophobie? Was heißt das? Das ist die Angst vor Katzen. Oh. Oh, ich habe die Phobie vor Menschen mit Eilorophobie. Aber das ist so krass, ich finde, das klingt nicht wie ein Wort, was mit Katzen zu kratzt. Nee, überhaupt nicht. Ich war auch so total. Felinophobie, sowas. Ja, oder Kettolophobie. Oder Katzenolophobie. Ich hasse Katzen. Aber diese Angst hatten übrigens auch Adolf Hitler, Julius Caesar, Alexander der Große, Genghis Khan und Mussolini. Das ist, wenn das nicht eine perfekte Boygroup ist. Ja, genau. Wenn das nicht die perfekte Prämisse ist für so eine Zeitreise, wir feiern ja die Zeitfilm. Indem wir all den Katzen schenken. Du bewirfst die ganzen Katzen. Aber ich wollte nochmal kurz... Das ist Indiana Jones der nächste Zeit. Das hatten Adolf Hitler, Julius Caesar, Alexander der Große, Genghis Khan, Mussolini und Napoleon eben. Und da wirklich hier jetzt meine Argumentation, Leute, die Katzen mögen, einfach Green Flag. Die geben mir einfach gute Vibes. Richtig, denn es gibt hier eine Theorie hinter diesem Ganzen, warum diese historischen Persönlichkeiten Angst vor Katzen haben. ist, dass sensible, introspektive Typen dazu neigen, sich zu Katzen hingezogen zu fühlen, nämlich Jonas, und brutale Persönlichkeiten von Katzen abgestoßen werden. Wie Alper. Ja. Nein, Spaß. Sorry. Alper quillt Katzen. Das habe ich hier nicht, das meinte ich hier nicht besser. Ich hoffe, dass auf jeden Fall diese Angst vor Katzen auch aufgegriffen wird. Finde ich nur akkurat. Kam leider noch nicht in dem Trailer vor. Also der Trailer, wir haben ihn ja alle gesehen, ist eher sehr viel Action lastig. Und das passt auch dazu, Sony und Apple, also die Produzenten des Films, haben gesagt, die Schlachtszenen gehören zu den dynamischsten, die je gedreht wurden. Ich finde diese Aussage ist so leer. Was ist eine dynamische Schlachtszene? Ich finde auch, jede Schlachtszene, die nicht dynamisch ist, ist schon eine schlechte Schlachtszene. Du bist die dynamischste Moderatorin, die ich jemals gesehen habe. Ach, Dankeschön. Das ist sehr lieb. Aber wahrscheinlich... Das heißt das jetzt. Achso, ja. Ich finde, es ist wirklich ein Kompliment. Aber ich finde, Dynamik klingt halt einfach cool. Und wenn jemand dynamisch ist, klingt es auch irgendwie auch cool. Aber wie du schon sagst, das ist so ohne Substanz. Ja. Also ich glaube, die Schlachtszenen gehören zu den krassesten, die je gedreht wurden. Aber ich finde, krass ist auch so ein bisschen so ein leeres Wort. Das ist so sehr subjektiv. Wie definierst du, krass? Krass. Ich finde, hätte jetzt jemand gesagt, ausgeklügelt, dann wäre ich so... Ist ja auch. Ah, okay. Aber ich will keine ausgeklügelten Schlachtszenen. Echt? Aber ich finde, wenn das so gut choreografiert ist und so schlau, so John Wick-mäßig... Nee, dann würde ich die eher dynamisch haben. Okay. Na gut. Oder sind die Kampf-Szenen bei John Wick, die sind dynamisch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber ich finde, diese haben auch immer einen Twist. Also die sind immer mehr als nur eine Schlachtszene. Sie sind immer... Sie haben irgendwie einen Gegenstand oder sowas, der die Szene dann spannend macht. Oder die sind an einem Setting, was spannend ist. Und ich finde, da kann ich direkt dazu übergehen, wie ich dann so die Schlachtszene in dem Trailer bisher fand. Ich fand das da alles sehr generisch aus. Also ich hatte das Gefühl, das war eher nicht so was Besonderes. Aber auch da lasse ich mich gerne überzeugen, weil ich meine, die Namen sprechen für sich. Und ich kann mir auch Joaquin Phoenix gut in der Rolle vorstellen. Was ist mit euch? Ja, also ich finde sowieso, Joaquin Phoenix ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt für den Film. Mir hat der Trailer an sich gefallen. Ich fand bloß die Musikausweis nicht so doll. Ich finde, man sieht schon, dass die Schlachtszene haben mir gefallen. Aber ich finde, die sehen halt auch so aus, typisch wie die Schlachtszene von allen anderen Ridley-Scott-Filmen. Ich finde, der kann das einfach. Mir gefällt das sehr gut. Ich habe auch früher immer so Compilations geschaut, auf jeden Fall so Schlachtszene. Ihr wollt nicht wissen, wie oft ich die 300, diese Schlachtszene angeguckt habe. Ich habe sie tausende Male angeguckt, wenn ich die so dynamisch fand. Und ich freue mich sehr auf den Film, weil ich mich auch sehr für Geschichte interessiere. Und Napoleon Bonaparte ist natürlich ein großer Teil unserer Geschichte. Also da kommt immer deine Lieblingshistorische Person drin vor. Alexander der Große. Ja, aber Lenny hat ihn heute schon erwähnt. Hast du? Ja, der hat Angst vor Katzen. Stimmt. Oh mein Gott, sorry. Mein Gehirn ist ein Loch. Ist okay. Ich weiß, mir wird nie zugehört. Doch, aber ich habe so, Hitler war einfach so ein Buzzword. Danach war mein Gehirn einfach, ja. Die einzige Befürchtung, die ich habe, ist natürlich, Napoleon hat in seinem Leben sehr viel gemacht. Das ist eine sehr wendungsreiche Geschichte, wenn man sich das anguckt. Ich finde, als Film kann man das sehr, sehr schwierig rausbringen. So als Miniserie hätte ich es mir eher vorstellen können. Oder so als komplette Serie. Aber das alles in einen Film zu packen, da bin ich sehr skeptisch. Und ich habe so eine leichte Ahnung, dass das nichts werden kann, wenn die wirklich sein komplettes Leben darstellen wollen. Das ist nämlich auch meine ganz, ganz große Befürchtung. Ich habe nämlich mal nachgeguckt, der Film dauert 158 Minuten. Was? Ja, was? Anderthalb Stunden. Ja, also 158, zweieinhalb. Habe ich gerade anderthalb gesagt? Sorry, ich meine zweieinhalb. 90 Minuten sind anderthalb. Ja, genau. Das ist schön, dass du es nochmal erwähnt hast. Aber ich habe da auch diese Befürchtung. Es sieht auch im Trailer danach aus, als ob es wirklich das gesamte Leben sein wird. Ja, es ist sehr jung und dann auch noch, ich glaube, es wird auch so ein bisschen hier die Waterloo. Ich glaube, er hat auch schon so ein bisschen angeteasert oder so. Ich muss nochmal genau reinschauen. Der endet doch ganz orientiert eh mit dem Exil. Der hat so viele Schlachten gemacht. Und dann hat er noch den Russland-Feldzug. Und dann ist er im Exil und dann kommt er wieder zurück. Soll ich das alles reinbringen? Ich glaube, da wird es ganz frustrierende Zeitsprünge geben wahrscheinlich. Und auch, also ich glaube, das wird ja, also es wirkt so, als würde sich ja auch viel um diese Liebe drehen zwischen Josephine und Napoleon. Und ich glaube auch, dass das dann wahrscheinlich unser Drama-Part sein wird. Und dann zieht sich das wahrscheinlich von Schlacht zu Schlacht. Und ich weiß dann nicht, ob das so ein Film zusammenhalten kann. Also gerade, wenn es dann so viel abzudecken gibt. Und ich bin mir da irgendwie auch unsicher. Das gibt mir so ein bisschen so Barry-Linden-Vibes oder sowas. So große Historien-Eposse-Epen. Oder hat es funktioniert? Ja. Ja, ich bin da. Ist aber auch nicht mein Lieblingsfilm von. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Obwohl ich diese Zeit und so diese Schlachten da sehr interessant finde. Okay. Nee, deswegen. Aber man hätte es ja auch machen können wie der Film von 1927. Denn das gilt als einer der wohl dynamischsten Filme der Filmgeschichte. War der nicht der, wo die drei Kameras nebeneinander laufen haben und der so ein extrem krasses Seitenverhältnis hat? Genau. Und der dauert fünfeinhalb Stunden. Das ist eine Miniserie. Ja, wirklich. Das ist eine Miniserie. Aber der wurde damals auch eben in einer Oper aufgeführt in Paris. Und ich stelle es mir schwierig vor, fünfeinhalb Stunden so irgendwie im Kino zu sitzen für einen einzigen Film. Aber okay, Leute haben das früher gemacht. Lenny, manchmal bist du in fünf Filmen an einem Tag hintereinander. Ja, das ist auch wahr. Aber da hat man immer eine Abwechslung und sieht andere Filme. Auf jeden Fall hat der Regisseur von diesem Film damals dann noch einen Film über Napoleon gemacht. Nämlich nur einen Film über die Schlacht von Austerlitz. Und die kommt ja auch schon in dem Trailer von Napoleon jetzt vor. Der hat so viele Schlachten gehabt. Ich hätte es auch lieber so als Miniserie gehabt, dass man wirklich ... Es gibt so eine französische Miniserie, die habe ich mal gesehen. Die ist auch, glaube ich, aus den frühen 2000ern. Die war okay. Aber bisher war alles, finde ich, nur so, was zu planen an Napoleon rauskam, war alles nur so okay. Aber man kann eigentlich was Krasse dazu machen. Ja. Ja, Stanley Kubrick hatte ja eigentlich den Plan. Ja, genau. Wollte gerade sagen. Also ich finde, aber ich muss sagen, ich bin mir unsicher irgendwie auch, ob die Figur, also klar, die gibt total viel her, aber ich glaube auch, ich will auch mal was anderes sehen dann. Also ich habe halt das Gefühl, das wird vielleicht jetzt auch so eine sehr glatte Performance. Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie so ein bisschen ... Ich weiß nicht, ob mich Napoleon so juckt. Ich bin auch, glaube ich, vielleicht ist jetzt ein Hot Take. Aber ich finde, der Film sieht mega krass aus. Und er wird bestimmt auch allein von der Bildgewalt auf jeden Fall heftig oder dynamisch. Aber ich bin gespannt, ob der Film noch mehr ist, als eben krasse Schlagzeilen aneinander gereiht. Und da muss er dann eben die Liebesbeziehung überzeugen. Da bin ich mir noch so unsicher. Was mich in solchen Trailern immer abfuckt, ist, wenn ein mittendrin eingeblendet wird. Er war ein Tyrann. Er war der größte Dings und sonst irgendwas. Wenn immer so diese einzelnen Textphrasen eingeblendet wird, das gibt es ja so häufig bei so Biopics über irgendwelche Kriegsherren oder besonderen Persönlichkeiten. Was ich gerade auch noch mal herausgefunden habe, beziehungsweise noch mal nachgeguckt habe, weil das mir schon irgendwie noch im Kopf war, ist, dass Steven Spielberg nämlich diese Serie, die Stanley Kubrick über Napoleon machen wollte, inszenieren wird für HBO. Was ich auch bekomme, dass diese Skripte anscheinend nicht ... Also, dass sie umgesetzt werden sollen. Und ich meine, dann kriegen wir ja unsere Serie über Napoleon. Ja. Schade, dass es nicht auch so gleichzeitig startet, wie bei so anderen Filmen, so Jungle Book und Mowgli oder hier in diesem einen Jahr als dieser Kaufhaus-Cop und noch so ein Kaufhaus-Cop-Film. Oder die drei Pinocchio-Verfilmungen. Oh mein Gott, ja. Ich finde das spannend, wie gewisse Stoffe dann auch immer wieder zirkulieren und dann aber zur selben Zeit zirkulieren. Also, es ist ja schon irgendwie spannend, dass dann irgendwie gewisse Themen noch mal relevant werden oder dass dann irgendwelche Produktionsstudios sogar sagen, ah, wir sind zuerst da. Apropos Filme, die gleichzeitig starten. Sekunde. Barbie und Oppenheimer starten, die gleichzeitig. Ich habe das eben vergessen zu sagen. Das heißt, Christopher Nolan muss jetzt schon gegen einen sehr, sehr bunten Film mit guter Laune ankämpfen. Und das hat er schon mal machen müssen. Nämlich 2008 ist nämlich gleichzeitig mit The Dark Knight Mamma Mia gestartet. Dein anderer Lieblingsfilm. Und welcher ist der bessere Film? Ähm, das, äh, dazu will ich mich nicht äußern. Dafür werde ich bestimmt geständet. Gemeuchelt. Nein, The Dark Knight ist schon besser. Aber sollen wir dann zum nächsten Trailer übergehen? Damit kommen wir zu unserer kleinen Trailer-Analyse zu Ahsoka. Der Trailer ist ja für uns hier gerade beim Dreh gestern erschienen und wir haben es noch schnell drangesetzt und eine kleine Trailer-Analyse dazu gemacht. Und, äh, ich bin schon sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Lenny und ich haben die jetzt zusammen vorbereitet und Xenia wird heute Fragen stellen, wenn sie denn Fragen hat. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Genau. Äh, eure Meinung zum Trailer? So an sich, so allgemein, jetzt ohne auf irgendwas speziell einzugehen? Ähm, ich fand, ähm, die sehr cool, die Trailer. Ich war sehr gespannt, ähm, weil ich mir auch nichts unter Ahsoka vorstellen kann. Das kann ich schon mal spoilern. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, was da passiert, aber ich fand, die Figuren waren sehr spannend. Die sahen auch alle interessant genug aus, als dass ich mir da eine Serie drüber anschauen will. Ähm, und es wurden auch einige Namen erwähnt, die mir auch was gesagt haben. Deswegen, ähm, war dann mein Interesse noch größer. Ähm, Anakin zum Beispiel. Und, ja, anscheinend geht's ja um diesen Thrawn und der scheint irgendwie wichtig zu sein, also, ähm. Und blau. Und blau, genau. Ein bisschen sieht er aus wie Elon Musk im Trailer. Ja, alle wichtigen Personen sehen aus wie Elon Musk und sind blau. Also Jonas. Was? Okay, das war ein Alkoholproblem. Ähm, genau, und... Ja, wenn man blau wird, wenn man trinkt. Exakt. Und, ja, ich, ähm, fand jetzt den zweiten noch besser als den ersten. Auch wenn man sagen muss, das ist uns gerade vorhin aufgefallen, dass die sehr, 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 sehr viele Einstellungen aus dem ersten Trailer recycelt haben. Und auch Zitate. Ja. Aber, ja. Wie geht's dir, Lenni? Ähm, ich muss ehrlich sagen, nach Mandalorian Season 3 bin ich echt so, puh, richtig vorsichtig, was die ganzen Sachen eingeht. Also ich freu mich wahnsinnig auf End of Season 2. Aber hier war ich erstmal so ein bisschen vorsichtig. Äh, aber ich freu mich ehrlich gesagt, weil es wird überall im Internet schon gemutmaßt, dass es ja eigentlich nur Rebels Staffel 5 sein wird. Äh, mit einem anderen Gewand, beziehungsweise mit dem Titel Ahsoka einfach nur drauf geklatscht, weil sehr viele Figuren aus Rebels vorkommen. Es ist, äh, der Großteil der Ghost-Crew ist wieder dabei. Weil, und es sieht eigentlich interessant aus. Also ich hab schon Bock auf diesen, äh, auf diesen gesamten Vibe. Es kommen auch Figuren vor, die man noch gar nicht so zuordnen kann. Dazu kommen wir gleich noch. Und es kann richtig spannend werden. Also ich hab Bock. Ja, ich hab auch, du wahrscheinlich auch, wir haben einige interessante Theorien mitgebracht. Ich fand den Trailer auch, ähm, gut. Mir hat der viel Spaß gemacht. Ich hab auch, wer, als ich den ersten Trailer von Ahsoka gesehen hatte, hatte ich noch keine einzige Folge Rebels geschaut. Und hab danach angefangen. Und inzwischen bin ich jetzt ein bisschen, ein bisschen mehr hooked, würde ich behaupten. Ich fand aber auch, um jetzt vielleicht noch ein bisschen, vielleicht was Kritischeres zu sagen, ein, zwei Sequenzen, da hab ich mir gedacht, das sieht jetzt vielleicht nicht so gut aus. Aber, wer weiß, vielleicht. Wir sind auch die, also mir ist zum Beispiel Harrison Duller ein bisschen zu grün und Rosatman Front ein bisschen zu blau. Auch die Kontaktlinsen waren sehr präsent. Also ich mein, Rebels ist ja, ich mag diesen Zeichenstil von Rebels einfach nicht. Und die haben das versucht, so auf die große Leinwand in Live-Action zu übertragen. Und ich find, da hätten die ein bisschen zurückschrauben können. Ja, also das, was mich negativ immer wieder stimmt, sind die ganzen Sachen. Die im Volume gedreht werden. Zum Beispiel da, wenn man diese Anlage, diese Tempelanlage sieht, mit diesen Ruinen, da sieht man einfach, okay, gut, das wurde in diesem Volume gedreht und, nee, da hab ich keinen Bock drauf. Also das ist das, was mich immer am meisten aufregt bei Mandalorian oder jetzt eben Ahsoka. Dann lass uns doch, oder lasst uns doch zusammen rein starten. Wir haben das folgendermaßen sortiert. Wir gehen das jetzt nicht chronologisch durch, wie jetzt bei anderen Traineranalysen. Wir haben das ein bisschen an den Figuren aufgehangen. Und wir werden auch, für alle Leute, die nur zuhören, bei Spotify gibt's uns übrigens auch mit Bild. Das dauert immer ein bisschen, das ist nicht direkt verfügbar, aber es kommt auch immer mal wieder. Aber vielleicht wechselt ihr zu YouTube oder zu Spotify mit Bild. Dann werden wir auch einzelne Bilder immer mal wieder einblenden, dass ihr auch direkt Bescheid wisst, um wen es geht. Weil wir werden jetzt so nacheinander die Figuren abdurchgehen. So von Ahsoka Tano über Hera Syndulla bis am Ende dann zu Thrawn. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt mit Ahsoka starten, noch eine kleine Anmerkung für euch da draußen, vielleicht auch für dich, Xenia, um das mal zeitlich einordnen zu können. Erste meiner Fragen, wann spielt das überhaupt? Oder wann passiert das? Er spielt nach dem Fall des Imperiums, nach Star Wars Episode 6, ungefähr in dem Zeitraum, wo auch Mandalorian spielt. Und Lenny hat jetzt auch noch was dazu. Ich hab schon gelesen, dass es wirklich parallel zu Season 3 von Mandalorian stattfinden soll. Ja, genau. Also Imperium ist weg, Neue Republik ist da und es kommt eine neue Bedrohung mit Thrawn, der verschwunden war und jetzt wieder kommen soll. Wie das passiert ist, kommen wir auch gleich dazu. Okay. Und alles endet darin, dass Palpatine irgendwie wieder zurückkommt. Ja. Wir fangen an mit der Person, der der Name der Serie gewidmet wurde. Nämlich Ahsoka Tano. Und sie gehört der Spezies der Toguta an. Und die haben die beste Balance über die Macht, sagt man sich so. Also, dass die eigentlich die Macht am besten handeln können, also noch vor anderen Spezies. Was ich eigentlich ganz cool finde, einfach mal so zu wissen. Und sie hatte ihren ersten Auftritt im Clone Wars Film von 2008. Und sie wurde Anakin Skywalker als Padawan an die Seite gestellt. Und sie wurde von Anakin auch immer nur Snips genannt. Also, die hatten so ein sehr schönes Verhältnis eigentlich. Also, ne? Also, nicht. So ein freundschaftliches Verhältnis. Ja, freundschaftliches Verhältnis. Also, das muss man ja auch nochmal sagen. Snips, okay. Süß. Ja. Ich wusste auch noch nicht mal, dass sie der Padawan von Anakin ist. Also, weil ich hab nie Rabbids oder sowas gesehen. Und deswegen ist sie mir auch nur bekannt aus Mandalorian. Okay. Weil sie da mal ja eine Cameo hatte. Und ich auch, also ich weiß auf jeden Fall, wie sie aussieht. Und dass sie auch ziemlich cool sein soll. Aber ja, deswegen, ich hab das jetzt ehmals gelernt. Krass. Sie hat Anakin auch ab und an mal so Sky Guy genannt. Sky Guy? Okay. Ja, also, ja, es ist, ja, es ist, es ist ein bisschen campy, aber ich, ich weiß nicht, ich mag Clone Wars und alles sehr. Aber kann sie eine ganze Serie füllen, die Figur? Also, würdest du sagen? Ich würde sagen, ja. Also, sie ist nämlich während Clone Wars auf jeden Fall so eine sehr tragische Figur, die anfangs wirklich auch nervig ist, weil sie eben noch so noch recht jung ist und unerfahren und wirklich versucht, sich beweisen zu wollen und dann echt viel Unsinn auch macht. Aber sie wächst dann eben mit dieser gesamten Serie immer mehr zu einem totalen Fanliebling und ich kann das voll verstehen. Und irgendwann hat sie auch so Zweifel an diesem gesamten Jedi-Dasein und dann verlässt sie irgendwann auch den Jedi-Orden, da sie für einen Attentat beschuldigt wird, den sie aber nicht begangen hat. Und dann kommt sie allerdings auch noch irgendwann mal wieder zurück, da sie immer noch gewisse Gefühle für Menschen und ihre Freunde empfindet und versucht, Anakin Skywalker dann auch noch zu helfen und sie kämpft dann in der großen Schlacht um Mandalore mit und überlebt Order 66 mit Captain Rex, täuscht dann allerdings ihren Tod vor, damit sie von niemandem gefunden wird und zieht sich zurück. Dann kämpft sie aber an der Seite der Ghost-Crew weiter, also den ganzen Leuten aus Rebels und kämpft dann auch sogar noch mal gegen Darth Vader, also hat dann noch mal ein Wiedertreffen mit Anakin. Und ihr letzter Auftritt, der ist in Book of Boba Fett gewesen, als sie Grogu das Geschenk von Din übergeben sollte, nämlich dieses Beskar-Kettenhemd. Ja, also sie kommt vor allem in der Clone Wars Serie und auch dann noch mal in der Rebels Serie vor. Wenn man die nicht gesehen hat, dann hat man halt wirklich sehr wenig von ihr gesehen. Ja. Aber ich bin auch trotzdem gespannt. Also selbst ohne jetzt viel über ihre Figur zu wissen, wird das ja wahrscheinlich in der Serie auch noch mal ein bisschen gefüttert. Und sie hat einen echt coolen Lichtschwert-Kampf. Also sie hält nicht diese Lichtschwert so normal, wie man das macht, sondern so rückwärts und dann kämpft sie so. Und sie sind weiß, die Lichtschwerte. Die sind cool aus. Passend zu ihren Haaren. Sind das Haare? Ich glaube, das wurde irgendwann mal geklärt, dass es gar keine Haare, glaube ich, sind. Das sieht aber auch nicht so aus. Also von der Struktur her sieht das eher aus wie so Haut. Ja, als ob das irgendwie, weiß ich nicht, so ein Pferdeschwanz ist, dem man auf dem Kopf hat. Ariana Grande. Sollen wir dann zum nächsten Mitglied der Ghost kommen? Ja. Also nicht zum nächsten Mitglied, zum ersten Mitglied der Ghost-Crew. Die Ghost, über die haben wir gerade vorhin schon sehr viel gesprochen. Das war das Zuhause der Spectres. Und das war die Crew, um die es sich in Rebels dreht. Und dieses Schiff, diese Ghost, gehört der Twi'lek Hera Syndulla. Das ist diese grüne Frau aus dem Trailer mit den Fleischzöpfen. Hera ist eine hervorragende Pilotin und hat die Ghost durch einige krasse Manöver geleitet. Auf mich wirkte sie immer in der Serie, weil ich ja gerade Rebels schaue, immer eher ernst, aber auch sehr vernünftig im Vergleich zum Rest von der Crew. Sie konnte aber auch immer sehr herzlich und warm sein und war so ein bisschen wie eine Ersatzmama für Ezra Bridger. Auch ein Mitglied der Ghost, zu dem wir gleich später kommen werden. Sie hat nicht nur die Unterdrückung des Imperiums mitbekommen, sondern auch die Klonkriege. Und ihr Heimatplanet wurde sowohl in den Klonkriegen als auch vom Imperium später verwüstet. Und deshalb hat sie sich dann auch entschlossen, Widerstand zu leisten und sich der Rebellenallianz anzuschließen, beziehungsweise die auch so ein bisschen mitzugründen. Sie ist eine wichtige Anführerin in dieser Rebellenallianz. Und im Trailer scheint sie die Unterstützung der Rebellen gewinnen zu wollen, um Frans Rückkehr zu verhindern. Und ja, sie ist auch eine sehr interessante Figur auf jeden Fall und kommt sehr viel in Rebels vor. Ich hoffe, dass meine Fragen jetzt auch nicht irgendwie zu viel vorweggreifen, aber wie ist ihre Beziehung jetzt mit Ahsoka? Also die sind halt Verbündete, die haben immer mal wieder zusammengearbeitet. Die sind jetzt nicht wirklich Freunde, würde ich sagen, aber halt Kollegen. Ja, wie wir. Genau wie wir. Wir haben auch nach dem Dresen nichts mehr miteinander zu tun. Gute Bekannte. Gute Bekannte, alles klar. Das sind wir. Okay. Aber was man zu Hera nochmal sagen kann ist, in Star Wars ist Romantik so ein bisschen was Schwieriges. Also ich meine, wenn man sich Episode 2 anguckt, das ist das, was Anakin Skywalker und Padme da haben, ist so... Das ist schwierig. Das ist ein bisschen schlimm. Aber ich finde Hera, Syndulla und Kanan Jarrus, der... Rest in Peace. Oh, okay. Ja, der... Auch ein Mitglied der Ghost. Genau. Alles klar. Genau, der war ein, der Meister von Ezra Bridger, dem Jungen, über den wir gleich noch reden werden. Und wir sind so vielen Dank. Ja, wir zählen uns dann nochmal auf. Alles gut, ich komm mit. Also wir haben bisher nur Hera Syndulla. Okay, genau. Und auf jeden Fall hatte sie, war sie mit, hatte sie eine romantische Beziehung mit Kanan Jarrus. Und das war tatsächlich sehr, sehr rührend, fand ich. Und eine der einzig akzeptablen Beziehungen, die es irgendwie im Star Wars Universum gibt. Aber jetzt in Rebels? Ja, in Rebels, genau. Aber sie hat nicht nur eine romantische Beziehung, sie hat auch eine sehr freundschaftliche Beziehung. Zum Beispiel zu ihrem kleinen, blechernden Freund Chopper. Ja. No. Also ein Droide? Richtig, ein Droide. Und Chopper ist ein sehr, sehr interessanter Droide. Der heißt eigentlich C110P, aber wird halt von allen Chopper genannt. Und der ist als Droide ein Assistent der Ghost Crew gewesen und hat sogar im Kampf geholfen. Und der hat so einen komplett eigenen Willen, ist super trotzig und schadenfroh und, weiß nicht, ärgert alle, gibt allen irgendwie Elektroschocks und so. Also ich mag ihn wirklich sehr. Er ist so wirklich der krasseste Rebell, wie man ihn sich nur vorstellen kann. Und er hat einen Kill-Count von 50.000. Was? Was? Das ist ja unfassbar. Ja. Okay, Gimli und Legolas wären grün von Night. Ja, also Chopper ist eine fucking Killermaschine. Oha. Okay, also das finde ich nice, dass R2-D2. Sympathisch. Ja, wird. Er hat einen Kill-Count von 50.000. Nicht schlecht. Wodurch? Hat er in vielen Kriegen mitgespielt? Ja, also er hat ja auch häufig das Kommando dann über die Ghost übernommen. Er konnte die auch steuern und hat dann wahrscheinlich einfach ein paar Massenmorde begonnen. Ja, Chopper ist ein Massenmörder. Aber deshalb heißt er ja wahrscheinlich auch Chopper. Ah. Chopper sie alle weg. Ja. Von Chopper kommen wir zum nächsten Mitglied der Ghosts. Ezra Bridger, von dem haben wir gerade ja schon ganz viel erzählt. Der kommt im Trailer auch vor. Das ist das jüngste Mitglied der Ghost. der verfügt über die Macht und wird in Rebels der Padawan von Kanan Jarrus, der dann später mit Hera Syndulla zusammen ist. Und stirbt. Ezra durchläuft die, mit einer der krassesten Entwicklungen. Kann man so ein bisschen sehen wie bei dem, was Lenny über Ahsoka erzählt hat. Anfangs ist er sehr stürmisch und super nervig und mit der Zeit wird er eben ruhiger und vernünftiger. Ursprünglich wollte er nämlich auch die Crew der Ghost beklauen, hat sich den aber dann angeschlossen. unterwegs dann quasi auf, in den vier Staffeln von Rebels unternimmt er aber auch Abstecher zur dunklen Seite der Macht und wäre fast mal der Schüler geworden von Darth Maul. Oh. Okay. Den kennst du noch, oder? Ja, den kenn ich noch. Natürlich. Den kennt jeder. Ich würde sagen, ist das nicht dieses Wesen, das in Sidious? Spaß. Ah, good one. Danke. Ezra hasst das Imperium, weil es ihn zum Waisen gemacht hat. Und sein großes Ziel war es eigentlich immer, Obi-Wan Kenobi zu finden, da er dachte, dass der Jedi der Schlüssel zum Erfolg gegen die Sith sein würde. Gegen Ende von Rebels schafft es Ezra dann auch seinen Heimatplaneten, Lothar, zu dem ich werde auch noch kommen, vom Imperium zu befreien. Blöd an der Sache ist aber nur, dass da was ein bisschen, sag ich mal, nicht so ganz rund läuft und er zusammen mit Großadmiral Thrawn im Hyperraum irgendwo hinfliegt, wo er nicht weiß, wohin das ist. Also er und Thrawn verschwinden komplett aus diesem bekannten Teil der Galaxis. Ähm, also du musst dir das auch vorstellen, das war Ende 2018, kam, also das Ende der Serie lief 2018 und deshalb sind die Fans seitdem gespannt, was ist eigentlich los mit Thrawn und was ist los mit Ezra Bridger. Sie sind halt irgendwo durch den Hyperraum gesprungen, wissen nicht, wo die sind und niemand weiß auch sonst, wo die sind. Und das ist halt das Spannende daran, dass zwei, die weg sind. Und wir sehen ja im Trailer auch so eine Holografie von ihm und die, das ist quasi so eine vorgezeichnete Aufnahme. Das ist jetzt keine, keine, kein Livestream quasi. Das heißt, der Trailer gibt auch noch nicht so richtig Aufschluss darauf, was jetzt mit ihm passiert ist seitdem. Genau. Deshalb, das wird vielleicht auch so eine spannende Frage werden, die die Serie aufklären wird. Aber ich meine, es wird ganz viel darüber gesprochen, Thrawn wird zurückkommen. Ich denke auch, dass Ezra Bridger zurückkommen wird. Ich glaube aber, er wird eine eher kleinere Rolle haben oder vielleicht am Ende so die Rettung in letzter Not sein dann vor Thrawn oder so. Oder er ist tot. Oder? Also nicht. Wenn die hier mit seinen Todesbotschaften mit dem Kopf von Ezra Bridger hier, dein Freund. Das würde ich gerne mal sehen in Star Wars. Das ist da, wo sowas treu ist, aber naja. Ja, genau. Ezra Bridger ist aber auch eine so mit der wichtigsten Figuren für Rebels. Okay. Richtig. Und ebenfalls wichtig ist Sabine Wren. Jetzt kommen wir etwas tot. Bei Mandalorian bist du ja so, bist du ja drin. Mhm. Ja. Du kennst ja dieses, dass das auf Mandalore so ziemlich komplex ist, dass es super viele Clans gibt. Ja, genau. Und darf den Helm nicht abziehen und so. Genau. Und Sabine Wren, wo du meintest, dass sie eine sehr coole Frisur hat, hat sie wirklich. Hat sie wirklich, ja. Hätte er auch im Trailer gesagt. Ja, genau. Dass sie eine schöne Frisur hat. Aber erst nachdem sie sich die Idee abgeschnitten hat, das fand ich ein bisschen schade, weil ich mochte die auch davor. Also ich finde, die hatte einen sehr coolen Ombre-Verlauf. Ja, das. Vielleicht für den Start von. Ein Ombre? 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 Ombre-Verlauf. Ich bin mir nicht sicher, ich bin keine Friseuse. Weshalb das heißt es dann? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht ermordet von Leuten, die da mehr drin sind als ich. Aber das ist, wenn du so, also einmal oben es anfängt und dann wird es so heller. Ah. Ombre-Verlauf. Ja, genau. Habt ihr wieder was gelernt? Finde ich cool. Wer weiß vielleicht, zum Start von der Soka, dann mache ich mir die Haare so. Ja, bitte. Wisst ihr, wir machen nicht nur Deep-Dives in Herr der Ring und erklären, was in der ersten Zeitart er passiert ist. Nicht nur bei Star Wars und erklären, wer Thrawn ist. Nee, wir haben auch hier Haar. Dafür habt ihr mich angestellt, ja. Aber Legolas zum Beispiel hat keinen guten Ombre-Verlauf, der hat einfach nur geiles Haar. Das stimmt, ja. Der hat einfach nur eine gute Frisur. Das ist, glaube ich, bis heute die beste Frisur, die es irgendjemand, irgendeine Person in irgendeinem Film hatte, oder? Ja, stimmt. Legolas. Legolas. Ja. Ich meine, er hat auf jeden Fall eine bessere Frisur als die Elben in Rings of Power. Gehen wir mal ganz schnell weg von dem. Kommen wir zu Sabine Wren. Genau. Wer ist sie denn? Sie ist Mitglied des Wren-Clans, also einer der vielen Clans, die es bei den Mandalorianen gibt. Und sie hat diesem Clan aber den Rücken gekehrt und hat sich der Ghost-Crew angeschlossen, um den Rebellen zu helfen, damals. Und sie hat sich dann später wieder mit ihrem Clan verbündet, weil die da auch so einen kleinen Einsatz hatten, weil die anderen Clans wieder untereinander Stress hatten. Und dann hat sie sich wieder ihre Familie angeschlossen und hat dann die Ghost-Crew wieder zurückgelassen, hat sich dann aber dieser Crew dann später auch wieder angeschlossen. Also es ist so ein ganzes Hin und Her bei ihr gewesen. Und sie hat sich übrigens die Haare schon mal geschnitten, nämlich auch in Rebels. Da hat sie schon mal dann irgendwie von einer längeren Frisur auf eine kurze Frisur gewechselt. Also es ist etwas, was sie häufig macht. Meint ihr, das ist dann so eine Art Wink an Rebels? Also jetzt dann auch das in den Trailer mit reinzupacken und dann auch die Fans dann vielleicht so ein bisschen so Fanservice-mäßig? Ich weiß nicht, also vielleicht ist sie einfach ein Mensch, glaube ich, der sehr gerne in die Frisur wechselt. Ich glaube nur, dass sie vorkommt, jetzt ist es schon Fanservice. Okay, aber ich finde das nachvollziehbar, weil ich habe das auch so oft, dass ich gelangt worden bin von meinen Haaren. Ich finde, sie wirkt wie eine sehr coole Figur. Tatsächlich ist das meine, also ich weiß nichts über sie, aber bisher meine Lieblingsfigur aus dem Trailer. Ich finde, sie wirkt sehr interessant. Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Sie wurde auch übrigens von, also sie kann im Schwertkampf umgehen, da sie von Kane und Ezra darin unterrichtet wurde. Und sie hat sogar das Dunkelschwert geführt, hat das dann aber wieder in Bo-Katan weitergegeben, da sie der Meinung war, dass sie Mandalore besser anführen könnte damit. Weil das Dunkelschwert ist ja quasi so eine Herrschaftsinsignie der Mandalorian. Ja, genau. Wenn man das hört, dann herrscht man über Mandalorian. Das ist quasi das Blackfire von Star Wars. Ja, das war ja auch ein guter Plot-Device in Mandalorian schon bereits. Aber die wichtigste Frage, die sich mir jetzt stellt, wenn sie eine Mandalorianerin ist, wieso trägt sie nicht ihren Helm? Das sind ja nur manche Mandalorianer, die sich dazu entschließen, diesen Weg zu gehen. Ach so. Das sind die Children of the Watch, das sind die wirklich so richtig gläubigen Mandalorianer. Das sind einfach wirklich, okay, gut, wir sind zwar Mandalorianer, aber wenn ich mir das Ganze nicht so ernst wie die. Also so wie Bo-Katan. Richtig, ich würde schon eher sagen, dass das, was man so in Mandalorian gesehen hat, dass das eher so wirklich konservative Mandalorianer sind. Die CDUler. Die CDUler von Mandalorian. Der Weg von Sabine endet auf jeden Fall damit, dass sie sich auf die Suche nach Ezra macht, der sich ja irgendwo befindet, wo wir es nicht wissen. Im Hyperraum? Genau, irgendwo da wird er sein und sie... Das heißt nicht mehr im Hyperraum, er ist nur durch den Hyperraum irgendwo hingesprungen. Ach so, okay. Aber wo, I don't know. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass er irgendwo im Hyperraum ist. Ich weiß nicht, kann ja auch sein Leben lang im Hyperraum sein. Das wissen wir auch nicht, ne? Kann ja, weiß ich nicht. Eben, Jonas. Leben lang Hyperraum. Das klingt wie so ein Darth Maul-Diss-Track. Okay. Oder wie so ein Spin-Off von den beiden. Vielleicht entwickelt sich ja auch was das von den beiden. Eine Romanze. Oh mein Gott, das würde ich gerne... Ich sehe es kommen. Ich würde es gerne sehen. Ezra meinte auf jeden Fall in seiner... in so einer Sprachmemo da. Meinte er noch, dass er... In so einer Sprachie. Ja, in so einer Sprachmeme. Er so, Kumo. Kumo. Kumo, Leute. Joa, Sapi. Was geht ab bei euch? Sapi, ich zähl übrigens auf. Ich chill dir mit Thrawn im Hyperraum. Okay, sorry. Ich will mit meinem Boy, mach so ein Safier. Und auch so... Joa, ähm... I doubt it. I doubt it. Hab es bei euch auch so gut, dass I doubt it. Ähm... Ob ihr so viel Spaß habt wie hier im Hyperraum? I doubt it. Juhu. Ich würde das sehr, sehr gerne sehen. Auf jeden Fall meinte er, dass er auf... Ähm... Dass er auf... Ich zähl auf dich, Sabine. Galigrüh. Galigrüh. Ähm... Ja. Vielleicht hat er da ja schon gespürt, dass sie irgendwie machtsensitiv ist oder so. Ich meine, in dem Trailer wird gesagt, dass Sabine keine Power hat. Aber wir wissen es noch nicht. Ganz ehrlich, ich hoffe, die machen das nicht. Ja, ich auch. Und sie lassen sie ohne die Macht auskommen. Ja, aber im Trailer spricht Sabine Ahsoka mit Meisterin an. Also, irgendwie wird es ein Ausbildungssystem auf jeden Fall geben. Oder es ist so eine Kappelei zwischen den beiden, die sagt dann, naja, so, Meisterin. Ja, das kann auch sein. Aber sie hat jetzt zum Schluss dann noch so ein grünes Lichtschwert, mit dem sie kämpft. Weil für mich dachte, ich dachte, sie wäre Padawan von Ahsoka. Hab ich auch gedacht. Ich kann mir vorstellen, dass die versuchen, das mit dem Trailer so in so eine Richtung zu drängen. Aber dass das halt quasi nur... Aber das ist ganz nur ein Prank ist. Nee, das ist nicht ein Prank, das ist einfach so, um die Spannung irgendwie größer zu machen. Mhm. Okay. Aber werden wir dann sehen. Ich finde es aber auch spannend, wenn es ein paar gibt, die nicht die Macht nutzen können. Das ist ja eigentlich schon immer, einfach so eine Range zu haben an Figuren, die dann auch mit anderen Mitteln sich behelfen müssen, auch im Kampf. Also, das finde ich eigentlich immer spannender. Ja, es muss immer einen Zocker geben. Das können nicht alle Jedi sein. Ich kriege die ganze Zeit Ezra Bridger nicht aus dem Kopf, wie er Eidabe ruft. Ja, genau. Neben der Ghost-Crew, nochmal hier Hera Sandula, die grüne Frau, Chopper, der Droide, Ezra Bridger, der Holografie-Boy, Sabine Wren, die Mandalorianerin und Kanan Jerros, den wir jetzt nicht gesehen haben, den Jedi-Meister von Ezra. Gibt es natürlich noch weitere Rebellen. Der ist tot. Es gibt weitere Rebellen, die in diesem Trailer vorkommen. Ein Rebellenschiff wird nämlich von zwei Gestalten mit roten Lichtschwertern angegriffen. Zu denen kommen wir auch noch später. Wir sehen aber auch eine große Rebellenflotte, unter anderem mit A-Wings, mit Rebellentransportern, mit koreanischen Korvetten und dem Herzstück, einem riesigen Sternenkreuzer. Und die Schiffe haben wir schon in tausend anderen Werken gesehen von Star Wars. Der Sternenkreuzer sieht aber verdächtig nach der Home One aus, dem Flaggschiff der Rebellenallianz und dem Flaggschiff eines gewissen Admiral Ackbar. It's a trap. It's a trap. Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass der auch in dieser Serie vorkommen wird. Weil, da kommen wir auch später zu, ich glaube, die hat sich an der originalen Front-Trilogie, so eine Buchreihe, hat sich sehr viele Elemente herausgepickt. Und Admiral Ackbar kommt da auch drin vor, hat eine auch wichtige Rolle. Die hast du durchgelesen, oder? Genau, die habe ich jetzt gelesen. Okay. Ja. Bestens vorbereitet. Ja. Es gibt aber natürlich noch weitere Rebellen und eine wichtige Rebellen-Anführerin ist Mon Mothma. Die kennt man ja auch aus Andor. Sie war Senatorin der Galaktischen Republik. Man kennt sie eben aus Andor, aus der originalen Trilogie und auch aus Rogue One. Und sie ist eine der jüngsten Senator-Taurinnen gewesen, die es jemals im Senat gegeben hat. Denn sie ist mit 15 Jahren, hat sie das Ganze schon gemacht. Finde ich beachtlich. Geil, was? Ja, ne? Exakt. Da habe ich mir auch gedacht. Und sie ist circa 30 Jahre vor der Schlacht von Yavin dabei getreten. Und sie war während der Herrschaft des Imperiums eine der meistgesuchten Personen in der Galaxis, da sie sich häufig gegen den Imperator ausgesprochen hat. Und sie hat unter anderem auch die Mission geleitet, um an die Pläne des Todessterns zu kommen. Also das, was in Rogue One passiert ist. Und in der Neuen Republik ist sie jetzt Kanzlerin. Also das große Staatsoberhaupt von der Neuen Republik. Ja. Aber sie war auch als Hologramm zu sehen, oder? Genau. Sie war auch als Hologramm zu sehen. Richtig. Und auch, das war glaube ich, das war ein Livestream, das war keine Sprache. Nee, das war keine Sprache. Ja. Ein YouTube-Livestream. Okay. Damit kommen wir zu einem Ort, der auch sehr oft im Trailer vorkam. Und zwar Lothal. Der war auch in einigen Einstellungen zu sehen. Das ist dieser eher karge Planet mit diesem großen Turm, den man dann sehen kann. Lothal ist ein Planet im Outer Rim und war das wirtschaftliche Zentrum des Imperiums im Outer Rim. Deshalb wurde hier auch mit harter Hand regiert. Und Lothal hat eine besonders wichtige Bedeutung für Rebels, weil Rebels startet auf Lothal und Rebels endet auf Lothal. Das beginnt mit der Anwerbung von Ezra Bridger zur Ghost und endet mit der Befreiung des Imperiums von Lothal. Also Lothal wird vom Imperium befreit, so rum. Gefühl gibt es hier auch in Rebels in der Serie so 1000 Verfolgungsjagden, was man jetzt auch schon im Trailer gesehen hat. So eine kurze Verfolgungsjagd mit Sabine Wren. Die ging mir irgendwann so auf den Sack, aber egal. Und dieser Turm, den wir im Trailer sehen, das war das Versteck von Ezra auf Lothal. Und da passiert auch sehr viel in der Serie. Und es gibt sehr viel mit Früchten auch da irgendwie hantiert auf diesem Planeten. So Milorun-Früchte heißen die und die gehen einer auf den Sack, weil es gibt ganze Folgen, die drehen sich da drum und das ist halt boring. Oh, okay. Haben die irgendwelche besonderen Fähigkeiten? Also verleihen die Fähigkeiten? Die sind besonders lecker. Die sind schmackulös. Ein richtiger Schmackofatz ist er. Aber das finde ich tatsächlich aber nett. Muss nicht immer alles krasse Bedeutung haben. Die kamen auch in Mandalorian vor in der letzten Staffel zum Beispiel. Ja, es ist nicht wichtig. Okay. Gar nicht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich bin ehrlich. Nee, es ist auch wirklich. Aber gut. Ich finde aber, was jetzt schon rausklingt, dieser Ezra ist so eine wichtige Figur auch zur Identifikation, oder? Also wenn er dann schon auch so immer dieser Außenseiter war, der auch vielleicht dann nicht so eine reine Weste hat oder sowas, der so ein sehr vielschichtiger Charakter ist. Ja, das ist halt auch spannend. Er ist halt auch nicht so durch und durch gut oder durch und durch böse. Er ist halt so zwischendrin ein bisschen. Und er verschwindet halt irgendwann, was ihn noch mysteriöser macht. Ja, ich kann das sehr nachvollziehen. Also dieser Druck, ich meine, obwohl ich jetzt Rebels nicht geguckt habe, ich finde, es ist ein bisschen wie so, wenn Jon Snow oder sowas, also wenn man so lange auf etwas wartet. Jetzt im Game of Thrones Termini gesprochen. Ist der Jon Snow von Star Wars. Okay, gut. Dann weiß ich Bescheid. Ich liebe es, wir müssen dieses Konstrukt auch mal machen, wenn ein neuer House of the Dragon Trailer rauskommt und ich sitze dann in der Mitte und dann bin ich dann so und stelle dann die Frage. Also Westeros, der konnte nicht. Ja, der finde ich cool. Auf Lothal sieht man übrigens auch einen Druiden, zu dem Lenny anscheinend was sehr spannend ist, mitgebracht hat. Richtig. Ich habe diesen Druiden, der ist mir sehr ins Auge gefallen. Ins Auge gefallen, weil er ein großes Auge hat. Denn das ist ein bisschen merkwürdig, weil normalerweise haben Astromank-Druiden gar nicht so ein großes Auge. Und ich habe dann mal geguckt, okay gut, hat das was zu bedeuten? Gab es den schon mal irgendwie? Nein, es gab ihn nicht so richtig. Also es ist eigentlich eine Anspielung auf etwas, dieser Druide, den wir da sehen. Es ist nämlich eine Anspielung auf eine Spielzeugkollektion, die damals 1977 zu Episode 4 rausgekommen ist. Alle Spielfiguren zu den Charakteren aus den Filmen haben Spielfiguren bekommen und die sind ziemlich akkurat ausgefallen. Außer die zu R2-D2. Diese Version von R2-D2, das Spielzeug damals hatte nämlich einen Kopf, der überhaupt nicht so aussah wie aus dem Film. Und der hatte ein riesiges Auge und unzuordnbare Symbole. Hier sieht man das zum Beispiel, dass das Auge da einfach viel, viel größer ausfällt als bei einem normalen R2-D2. Aber ich finde, wenn man sich mit Starros nicht so gut auskennt, aber weiß, dass es den gibt, dann wird es einem jetzt nicht auffallen. Nee, überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht. Oder? Ja, ich war auch gerade, oh Gott, wie unangenehm. Das ist ein riesiges Auge. Nein, aber ich meine, ich glaube auch, dass das Auge in meiner Erinnerung nicht so riesig war. Deswegen finde ich total spannend, dass das Starrteam so abgegriffen wurde. Nein, nein, aber das sehe ich, weil ich finde, der Droide jetzt in dem Trailer ähnelte dem ja schon sehr. Oh mein Gott, das tut mir leid. Nicht meine ich das jetzt ernst. Nee, ich kann auch sein, dass ich einfach wirklich komplett Bullshit... Nein, ich glaube, du hast recht tatsächlich. Weiß ich nicht. Weil wieso sollte es sonst auch so... Die hätten sich ja einfach denken, könnten wir machen mal ein größeres Auge. Aber wisst ihr, was auch große Augen hat? So ein Purge. Ja. Das sind riesige Space-Wale. Die gibt es nämlich auch in Star Wars. Die sind machtsensitiv. Und Ezra konnte zum Beispiel mit denen kommunizieren und sie auch steuern. Also er hat ihm Befehle gegeben, so flieg mal dahin. Zieh dich mal aus. I doubt it. Zu einem riesigen Space-Wale. Das ist vielleicht so eine Serie Ezra, Bridger, der Dusch-Jedi. Nein, Leute, ich habe das Gefühl, ich bringe diese Trailer-Analyse nur so... Ja, ich finde das sehr gut. Albernheit, okay. Ja, das muss ja auch sein. Okay. Also, aber warte mal kurz, das ist, dass du bringst Ezra Bridger dann mit einem sexuellen Kontext mit Space-Walen. Ja. Es gibt alles. Okay. Ich finde das voll spannend, weil Space-Wale, das ist doch auch eine Folge von Love, Death and Robots gewesen. Und ich fand auch, dass mich so der Look von dieser Szene krass daran erinnert hat. Also, dieses Dunkle und ich finde, das sah übelst cool aus. Ja, also einer der, finde ich, auch eindrucksvollsten Einstellungen in den Trailern. Purgele sind aber darüber hinaus auch noch viel interessanter. Richtig. Also, die kennt man vielleicht aus Mandalorian Staffel 3, denn als Grogu und dann einmal im Hyperraum geflogen sind, hat Grogu so in diese Scheibe gepackt. Und man hat im Hintergrund so diese Purgele-Umrisse gesehen. Ah, okay. Das war es jetzt auch von uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Denn Thrawn hat, wie Jonas eben schon gesagt hat, auch, also wie Rebels endet, nämlich damit das Off of Lothal. Nämlich hat Thrawn damals Lothal blockiert und belagert mit einer Flotte. Und die Ghost hat damals dann sich gedacht, komm, das wollen wir nicht so haben. Die wollen wir hier bekämpfen. Und dann hat die eine Gruppe von Purges gegen die Flotte angeführt. Und die Purges haben dann die Flotte komplett zerstört. Und ja, es ist halt jetzt die Frage, wie die das in Ahsoka regeln. Ob die die wieder zum Kampf einsetzen wollen oder ob die einfach nur um diese Purges drumherum kämpfen. Ja, oder ob das halt auch so ein Element ist von, wir sehen die Purges, dann kann es jetzt gut sein, weil die haben ja Thrawn und Eswar Bridger wohin buxiert, dass das jetzt quasi so das Symbol ist für die Rückkehr von den beiden. Es ist beides möglich. Es ist beides möglich. Wenn wir aber ebenfalls auch noch sehen, ist Hu Yang. Hu Yang Huan. Ich wollte es nicht sagen. Wolltest du es auch sagen, oder was? Ja, tatsächlich. Ich habe schon diesen Namen gelesen. Ich war so Hu Yang. Sorry. Der bringt ein paar nice Space Tracks. Alles klar. Ich finde, er sieht auch so aus. Das hast du jetzt gesagt. Aber er hat normal große Augen, oder? Ich wollte gerade schon auf die Augen zu sprechen kommen. Ich fand, er hat eine sehr interessante Kopfform. Ja. Ein Stern. Er ist eigentlich eine richtig krasse Figur im Star Wars Universum. Erklär mal was. Denn er hat praktisch die Kontrolle über Lichtschwerde. Also er ist der Architekt, Gestalter und Archivar von Lichtschwertern. Also wenn du Jedi bist und dein Lichtschwert schwingen möchtest, musst du zu ihm gehen. Er ist der Oliwander. Ja, das soll ich gerade sagen. Von Oliwander von Star Wars. Okay, cool. Okay, spannend. Er war auf dem Schiff der Feuertaufe stationiert und hat dort Jünglinge bei ihrem Bau ihres Lichtschwerts unterstützt. Und er hat auch schon mit Ahsoka zu tun gehabt, denn die beiden haben damals einen Test von Jünglingen begleitet. Und vielleicht, habe ich mir jetzt gedacht, hilft er auch, Sabine ihr Lichtschwert anzufertigen. Also dass das, was wir im Trailer sehen, wirklich Sabines eigenes Lichtschwert ist. Und ein netter Nebenfakt ist noch, er wird im Englischen gesprochen von David Tennant. Wow, cool. Okay, das ist nice. Ja, ich mag David Tennant auch sehr gerne. Wen man eher weniger mag, sind Inquisitoren. Genau. Wir haben nämlich einige Figuren in dem Trailer, die rote Lichtschwerter schwingen. Und das ist da, glaube ich, auch nicht so ganz einfach durchzublicken. Ist das jetzt die gleiche Person? Ist das jemand anderes? Es gibt da einmal Balen und Shin. Die sieht man auch immer mit dem Gesicht. Das ist dieser ältere Mann mit dem grauen Bart und diese jüngere Dame mit dem blonden Haar. Zu denen kommen wir gleich noch. Es gibt aber auch eine Figur, gegen die Ahsoka zuerst auf einem hellen und dann auf einem dunklen Planeten kämpft. Und dem Lichtschwert dieser Figur zu urteilen, ist das ein Inquisitor. Das waren Agentinnen und Agenten des Imperiums, die nicht nur über die Macht verfügten, sondern auch die Aufgabe hatten, die Jedi auszurotten. Oft waren diese Inquisitoren auch ehemalige Jedi, die dann quasi auf die dunkle Seite der Macht gezogen wurden. Spannend für den Trailer ist, finde ich, dass Inquisitoren zu dem Zeitpunkt eigentlich schon längst abgeschafft sind. Also die wurden kurz vor der Schlacht von Yavin abgeschafft, weil man davon ausging, dass die Jedi komplett ausgerottet sind. Und das darf weder so der, in Anführungsstrichen, Letzte seiner Religion ist. Aber anscheinend gibt's dann doch Überbleibsel. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, weil wenn die Inquisitoren das alles überlebt haben, sind die bestimmt besonders krass drauf oder besonders krass wütend. Und die kämpfen ja auch in zwei Szenen gegen Ahsoka. Also dieser eine oder die eine Inquisitoren. Ist dann aber noch eine Frage, auf welche Seite die dann sind? Also ich meine, wenn sie noch gegen Ahsoka kämpfen, führen sie ja immer noch ... Das Restimperium? Ja, also ja, aber dann führen sie immer noch ihren Auftrag aus, ihren ursprünglichen, aber ja. Oder das ist so ein bisschen wie bei, es gab ja auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs so eine japanische Einheit auf den Philippinen, die bis in die 70er da so guerillamäßig gekämpft haben und dann erst aufgegeben haben, als ein ehemaliger General zu denen gegangen ist, nach über 20 Jahren gesagt hat, der Krieg ist vorbei. Wow, mega, die gute Referenz. Also ich habe da auch irgendwie gerade ... Ich glaube auch, ich lese da viel zu viel rein. Nein, nein, aber ich finde das super spannend. Ich finde das auch, also ich finde das gar keine so beschissen ... Wie sonst alles, was du sagst. Nein, im Gottes willen, nein, nein, nein. Also ich finde das eigentlich eine echt gute These, ich könnte mir das sogar auch echt gut vorstellen. Ich habe auch gerade so ein bisschen an die, also an den Zweiten Weltkrieg auch denken müssen, bei diesen Jedi, die dann konvertiert werden oder beziehungsweise die Seite wechseln und dann so ihre eigenen Landsmänner und Frauen jagen müssen. Das ist ja auch so ein bisschen wie die sehr schreckliche, so eine Handhabung dann auch in KZs zum Beispiel oder so, dass dann halt auch Juden und Jüdinnen meistens so KZ-Aufseher waren und also voll spannend auch als Element irgendwie dann innerhalb dieser Serie. Habe ich auch noch nicht von gehört. Vielleicht. Vielleicht, aber so liegt es sehr logisch auf mich. Ja, neben diesem Inquisitor oder der Inquisitorin, was auch immer, gibt es die anderen zwei Leute, die noch Lichtschwerter tragen, Rote. Das sind Bailen Skull und Shinati. Das sind so bisher die mysteriösesten Figuren in der ganzen Serie, weil die auch komplett neu sind. Bailen Skull ist ein ehemaliger Jedi-Ritter und wurde anscheinend dann, das wird so gesagt, in einem, ich glaube, das wird schon so verlautet, dass er Söldner in der Ära der Neuen Republik ist. Der wird gespielt von Ray Stevenson. Rest in Peace. Und er kannte laut Trailer auch Anakin, was immer ganz cool klingt, wenn er sagte, Anakin fand ich besonders cool. Ja. Seine Schülerin ist Shinati. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass sie Bailen Skull und Shinati heißen, weil diese Nachnamen kommen straight aus der nordischen Mythologie. Skull und Hati waren nämlich zwei Wölfe, die die Sonne und den Mond jagten, um sie zu verschlingen. Und den Legenden zufolge heißt es, wenn sie das geschafft haben, kommt es zu Ragnarök. Ah, geil. Vielleicht ist das dann ja auch deren Ziel. Who knows? Sie wollen Ragnarök. Er will eine Sonne essen und sie in Muggen. Genau, damit sie alle zusammen ... Das perfekte Dinner. Damit sie alle zusammen Thor Ragnarök gucken können. Man kann sagen, wer directet die finale Episode dann. Also mir kommt jetzt nicht so vor wie so klassische Sith, auch wenn die zu zweit unterwegs sind. Und das ist ja eigentlich so ein Element, der Sith ist. Ich hätte sie jetzt mal als dunkle Jedi bezeichnet. Und eventuell ist Bailen auch eine Anspielung auf einen Mann namens Joros Jbawth. Jbawth. Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Das ist nämlich ein dunkler Jedi in der Front-Trilogie, von der ich gerade eben schon erzählt habe. Und diese Front-Trilogie wurde halt irgendwann als nicht kanonisch erklärt. Also alles, was da drin passiert, ist nicht im offiziellen Star-Wars-Universum passiert. Ach so. Obwohl diese Front-Trilogie als eines oder mit die beste Buchreihe im Star-Wars-Universum gilt. Wer entscheidet das denn? Lukasfilm. Ach so. Also ich meine, Disney entscheidet, weil die haben Lukasfilm gekauft. Und die haben dann irgendwann gesagt, okay, ab jetzt ist es so. Wir haben da aber auch mal ein Video zu gemacht, das könnt ihr auch mal gerne anschauen, über Kanon und Legends. Aber es ist ja auch so, dass Elemente aus den Legends eben aufgegriffen werden und dann so kennegemacht werden. Und ja, es ist nicht so ein Eindruck. Also diese Serie scheint jetzt auch so ganz viel aus dieser Front-Trilogie, die so beliebt ist, in den Kanon zu ziehen. Und genau dieser Balin könnte eben eine Anspielung sein auf diese Figur. Yorrus, Spaworth. Das war ein dunkler Jedi genau und der hat sich selber auch als Erben des Imperiums betrachtet. Er hat mit Front zusammengearbeitet und er wollte Luke, Leia und Leias Kinder ausbilden. Das Ding ist aber, dass er ein Klon war und zusätzlich auch komplett crazy. Der hatte beträchtliche Kräfte und konnte unter anderem die Gedanken von anderen kontrollieren und diese auch steuern. Was auch sehr wichtig ist in der Trilogie. Und er wird wohl, also Balin, der jetzt vielleicht quasi so eine Anspielung auf ihn ist, der wird wohl gegen Ahsoka kämpfen. Sehen wir auch im Trailer. Oder vielleicht versucht er sie auch auf seine Seite zu ziehen, weil sie ist ja im Prinzip auch kein Jedi mehr. Also nicht im Prinzip, sie ist kein Jedi mehr. Mich hat sein Kampfstil so auch im Trailer so ein bisschen an Darth Vader erinnert. So die Szenen, die man von ihm zu bestehenden Rogue One gesehen hat. So dieses Langsame und Machtvolle. Und er benutzt ja auch immer den Machtschub. Und ich finde das immer ganz cool, wenn es immer nicht nur Lichtschwertkämpfe ist, sondern wenn das so kombiniert ist. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass die beiden sich mit Thrawn zusammenschließen werden. Ja, also sie wollen ja auf jeden Fall an Thrawn gelangen. Also das ist deren Ziel. Sie sagen, damit sie eine Macht erreichen, die unvorstellbar ist. Und ich frage mich, was das genau sein soll. Soll ich dazu direkt schon kommen? Ach komm, hau raus. Hau deine Theorie raus. Weil die beiden sind auch anwesend, als eine dritte Figur so eine komische Karte, so eine Karte aufmacht. Ich habe das jetzt mal gesagt, vielleicht ist das so ein Kartografieort, ein Archiv oder vielleicht sogar ein Jedi-Tempel. Genau die dritte Figur, dazu wird Lenny gleich noch was erzählen. Aber Shin und Balin sind da auch. Und wahrscheinlich suchen sie eben Thrawn, weil der ist ja nach den Ereignissen von Rebels verschwunden. Und es geht ja dann auch um diese Frage, was passiert, wenn sie Thrawn finden. Und das hast du ja gerade gesagt. Power, also im Deutschen haben die es nicht übersetzt, aber Stärke oder Macht, wie man sich es niemals erträumen könnte, würden sie halt finden, wenn sie Thrawn finden. Da könnte man sich jetzt denken so, hä, aber Thrawn kann doch gar nicht die Macht benutzen oder das ist auch nicht besonders stark. Was ist jetzt diese Macht oder diese Stärke oder diese Power? Ist das irgendwie ein fünfter Todesstern wieder oder sowas, eine geheime Waffe oder so? Und ich habe da eine Theorie. Eine sehr interessante Theorie. Ich liebe Theorien. Ja, das freut mich. Die Führungstheorie sind ja eine Lieblingssache. Vielleicht. Heilbrand des Saurons. Vielleicht handelt es sich bei dieser Power, dieser Macht, dieser Stärke um die sogenannte dunkle Macht. Das hat jetzt nichts mit der Macht an sich zu tun, sondern die dunkle Macht ist ein anderer Name für die sogenannte Katana-Flotte. Und diese kommt auch aus dieser Thrawn-Trilogie. Im ersten Trailer wurde auch schon gesagt, dass etwas Dunkles auf sie zukommen wird, so auf die Galaxis. Deshalb, ne? Dunkle Macht. Das würde dann auch ganz gut passen. Und diese Katana-Flotte war eine Flotte von 200 schweren Dreadnought-Kreuzern, die die alte Republik hergestellt hat, weil die halt so den Glanz der alten Republik so nochmal zeigen wollten. Und haben eben 200 von diesen Schiffen gebaut. Da man für sowas eigentlich extrem viel Personal braucht, haben die die Schiffe weitestgehend automatisiert, dass man da quasi nur noch so eine Skeleton-Crew drin hat, die man wirklich dann braucht dafür. Und da gab es nur ein kleines Problem. Das fragt man sich, hey, aber wenn die alte Republik die Katana-Flotte hatte, warum haben die die nicht gegen das Imperium dann eingesetzt oder in den Klonkriegen oder was weiß ich immer? Das Problem ist, dass die während der Jungfernfahrt in den Hyperraum gesprungen ist und nie wieder aufgetaucht ist. Also so ein bisschen. Titanic-Style. So ein bisschen auch wie Thrawn und Esra Bridger. Die ist halt irgendwo hingesprungen, die Flotte, und niemand weiß, wo die ist. Das heißt, sie könnte auch, aber auch wieder auftauchen. Sie könnte wieder auftauchen und in der Thrawn-Trilogie ist das auch verdammt wichtig. Alleine schon wegen der militärischen Macht. 200 schwere Dreadnought-Kreuzer sind schon eine Hausnummer. Und die hieß übrigens auch Dunkle Macht, nicht weil die besonders böse war oder wegen der dunklen Seite der Macht oder so. Die Schiffe waren dunkelgrau angestrichen und das Licht in den Schiffen war so heruntergedimmt, dass sie deswegen Dunkle Macht genannt wurde. Und ein weiterer Grund, also ich habe ja gesagt, es geht eben um so eine Stärke, Power, was auch immer, was die gesagt haben im Trailer, dass die das finden, wenn sie Thrawn finden. Und das, was sie im ersten Trailer gesagt haben, dass etwas Dunkles auf die zukommt. Ich hätte noch eine dritte Theorie, dass es untermauert, dass es um die Katana-Flotte geht. Asokatano, Asokatana, Katana-Flotte. Alles klar. Ich darf jetzt kurz so mega der coole, irgendwie nochmal um die Ecke gedachter Punkt. Ich würde noch ein bisschen was Dummes mit reinbringen. Ich bin nicht drauf vorbereitet. Vielleicht ist das am Ende halt wirklich. Vielleicht wurde Asokat ja auf der Flotte geboren. Kann das sein? Das ist nicht Kanon. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja noch. Das heißt, diese Karte, von der du eben geredet hast, das war dieses riesige, diese Kuppel. Genau. Okay, ja. Die aussah wie bei so der Stark bei Marvel, so ein bisschen, finde ich. Also vielleicht suchen sie Thrawn. Vielleicht hat er die Katana-Flotte schon. Vielleicht suchen sie Thrawn und die Katana-Flotte, um das zu vereinen und die neue Republik kaputt zu machen. Alles möglich. Aber vielleicht gibt es auch gar keine Katana-Flotte. Oder die Katana-Flotte gibt es in einem anderen Ausmaß, was ich mir nämlich auch gut vorstellen könnte. Denn es gibt noch eine weitere Figur. Noch eine Sache dazu, diese Thrawn-Trilogie. Die Bücher, die spielen auch fünf Jahre nach Teil sechs. Also auch so in dem Zeitraum, wo jetzt auch die Serie spielen wird. Ungefähr. Okay. Aber halt in einer anderen Timeline. Ja, in einer anderen Timeline. Weil es ja eben nicht Kanon ist. Richtig. Genau. Ja, also meine Theorie ist ein bisschen anders, aber geht so in eine ähnliche Richtung. Und die hat zu tun mit einer Figur namens Morgan Elsbeth. Die kennt man aus einer einzigen Folge aus Mandalorian, nämlich aus Staffel zwei, aus der Folge Die Jedi. Die ist nämlich die Magistratin der Stadt Kaloden auf dem Planeten Corvus. Und sie hat die Bevölkerung dieser Stadt unterworfen. Und das ist die Folge, in der Ahsoka Tana auch das erste Mal auftaucht. Das ist die Samurai-Folge quasi. Ja, das ist die Samurai-Folge, die wirklich unfassbar cool ist. Und sie hat mit ihrem Unternehmen damals maßgeblich im Aufbau der imperialen Flotte geholfen. Und sie hat dafür ganze Welten auch ausbeuten lassen. Und die hatte ja auch diesen Speer aus Beska. Und in der Folge mit Ahsoka hatte sie ja Angst vor Ahsoka und hat deswegen Din beauftragt, sie zu töten. Aber Din hat sich dann ja mit Ahsoka zusammengetan und Elsbeth aus der Stadt vertrieben. Und Ahsoka wollte dann unbedingt den Aufenthaltsort von Thrawn herausfinden von Elsbeth. Und das tut sie dann letztendlich auch. Ihr Aufenthaltsort aktuell ist unbekannt, da sie bisher nur in dieser einzelnen Folge vorgekommen ist. Aber in dem Teaser-Trailer und in dem jetzigen Trailer sieht man, dass sie im gleichen goldenen Raumschiff ist, wie Thrawn auch zu sehen ist. Und wird sie ihm vielleicht jetzt diese Katana-Flotte bauen? Also dass hier davon ausgegangen wird, dass diese Flotte noch nicht existiert, sondern vielleicht gerade im Aufbau ist. Und sie maßgeblich daran beteiligt ist, was ich mir gut vorstellen könnte. Weil sie eben so krass viel Einfluss mit ihrem Unternehmen hat. Who knows? Ja. Die Morgan. Genau, die ist dann quasi diese dritte Person, von der wir gerade gesprochen haben in diesem Archiv, Tempel, Kartografie. Aber dann kommen wir doch jetzt mal zu dieser einen ominösen blauen Person. Mithranuruodo. Klingt fast schon wie Mithran dir. Ich habe gerade gedacht, das ist elbisch. Genau, Mithranuruodo, kurz Thrawn, a.k.a. Großadmiral Thrawn, a.k.a. der blaue Dude mit den roten Augen. Der wird ja der große Antagonist in Ahsoka. Ist ein brillanter Militärstratege und wird von vielen auch als der gefürchteste Admiral des Imperiums bezeichnet. Dessen wahres Master meint und er plant schon so viele Schritte im Voraus, dass Leute da überhaupt nicht mehr herkommen mit seinen ganzen Plänen. Um seine Gegner zu besiegen, studiert er deren Kultur, Kunst und Philosophie. Und er respektiert seine Gegner auch und war der geborene Anführer. Ist und war der geborene Anführer. Im Gegensatz zu Vader killt er seine Untergebenen nicht, wenn die jetzt mal ihnen was verkackt haben. Klingt sympathisch. Und er ist immer sehr ruhig und sehr beherrscht. Und er war auch schon kurz, wurde er in der dritten Staffel von Mandalorian angeteasert auch so ein bisschen. Wie schon auch in der zweiten. Und es gibt ja auch super viele Bücher über ihn. Es gibt diese originale Front-Trilogie. Es gibt noch eine Front-Trilogie so als Prequel, die jetzt kanonisch ist. Es gibt noch mal eine andere Front-Trilogie. Und es gibt noch weitere Bücher über Thrawn. Also der ist so einer der neueren Figuren, neueren in Anführungsstrichen, die jetzt wirklich so richtig durchgenudelt wurden, sage ich mal. Und die meisten von diesen Thrawn-Büchern kommen auch von Timothy Zahn, der quasi so, ich glaube, sein Lebensziel ist, Thrawn auf die Leinwand zu bringen. Und wieso ist das noch nie passiert, jetzt im Kino, also im großen Rahmen sozusagen, seine Figur zu verfilmen? Also die originale Front-Trilogie kam Anfang der 90er raus und ist auch super interessant. Wir werden auch auf jeden Fall ein Special machen zu Großadmiral Front, oder während Ahsoka läuft. Das Ding ist nur, dass, glaube ich, dann George Lucas andere Pläne hatte. Nee, der wollte so ein eigenes Staff machen. Genau. Zum Beispiel auch der Name Coruscant für den Hauptplaneten, der kommt auch aus der Front-Trilogie. Ah, spannend, okay. Und der hatte super viele interessante Ideen auch mit der Front-Trilogie, auch mit so Klonen und allem Möglichen. Das ist alles super spannend, wo man sich auch so denkt, hättet ihr vielleicht lieber das machen sollen als die Sequel-Trilogie. Achso, die Sequels, okay. Genau. Dann sagen wir, wenn du mir jetzt hier die Prequels gehst. Ja, ich war gerade sagen, sagst du jetzt Prequels oder Sequels. Nein, nein, nein. Ich habe ja heute gesagt, dass Napoleon und du keine guten Freunde geworden wären, aber ich glaube, Thrawn und du, ihr werdet gute Freunde. Weißt du wieso? Warum? Weil ihr beide so richtig gut plant. Du bist ja auch so ein richtig geplant. Napoleon hat überhaupt nicht geplant. Er ist einfach so gerade raus drauf losgespielt. Aber ich meine, Napoleon ist ja auch im Kampf. Was ich nicht bestreiten kann, Napoleon und Thrawn hätten sich mega gut verstanden. Beide sind der Oberer. Ja. Und vielleicht hätte Thrawn dann dich und Napoleon miteinander so ein bisschen verkauft. Wie man das so macht bei Freundschaften, wenn man irgendwie eine neue Person in einen anderen Freundeskreis bringt. Ja, aber der obert auch gerne ganze Länder und Kontinente. Aber wichtigste Frage, mag Thrawn Katzen? Ja. Okay. Ich hoffe. Ja. Das ist eine gute Frage. Ich kann mir sehr gut mit einer Katze vorstellen. Das müssen wir jetzt vielleicht Lars-Mekatzen fragen. Nur, ich finde, ein Element würde ich gerne noch zu Thrawn erklären, was ich auch super interessant fand immer. Weil das auch so ein bisschen tief reinbringt und so ein interessantes Element bei Star Wars. Und zwar ist das so, dass das auch relativ rassistisch war im Imperium, dass immer versucht wurde, dass Menschen halt in diese großen Positionen kommen. Und Großadmiral Thrawn war der einzige Nicht-Mensch, der Großadmiral war. Also der hatte durch seine Fähigkeiten, der musste halt doppelt so hart ranklotzen, aber der hat durch seine Fähigkeiten so krass überzeugt, dass er Großadmiral wurde. Obwohl das Ganze eigentlich so ein bisschen rassistisch ist. Mhm. Oder dann wahrscheinlich in dem Fall spezifizistisch. Aber ich meine, tatsächlich ist das ja dann, also wenn man da so die Brücke schlägt zu unserer Welt, kann man glaube ich auch rassistisch sagen. Ja. Genau, das fand ich noch super interessant. Und genau, alles Weitere werden wir auf jeden Fall dann in dem Video zu Thrawn klären. Wir werden aber auch noch ein Video machen zu, was man alles vor Ahsoka wissen muss. Quasi nochmal so ein Recap von Rebels und einem möglichen. Ja, das werde ich mir wahrscheinlich auch angucken. Auf jeden Fall. Ich freue mich. Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr loswerden wollt zum Trailer jetzt mit diesen ganzen Infos? Seid ihr mit der Besetzung von Thrawn zufrieden? Ja, der spricht auch, also Lars Mikkelsen spricht Thrawn auch in der Rebels-Serie. Ah, okay. Und hat eine wirklich geile Stimme. Also es passt wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde, er sieht halt, er sieht ehrlich aus wie Elon Musk so ein bisschen in diesem Ausbild. Das stimmt. Ich finde an sich, ich mag auch Mary Elizabeth Winstead als Hera, finde ich sehr, sehr gut. Ich finde auch die Schauspielerin, die Sabine mag, sehr, sehr gut. An sich bin ich sehr zufrieden, also ich kann nicht mehr kommen. Ja, und ich hoffe, dass wir wieder sehr viel, wir werden auch Folgenbesprechungen machen, falls wir das noch nicht erwähnt haben, zu jeder einzelnen Folge. Und ich hoffe, dass wir wieder sehr viele Theorien spinnen können. Ob ihr dabei so viel Spaß haben werdet wie wir, I doubt it. Das war das, was ich nochmal hören wollte. Ich hatte auf jeden Fall, ich habe viel gelernt jetzt hier. Danke für diese Trailer-Analyse. Ja, bitte. Also ich möchte das auch echt gerne machen. Danke, dass du dabei warst. Ja, gar kein Problem, gar kein Problem. Ich habe sehr, sehr viel geleistet hier, dass ich hier saß. Ja, ich fand es sehr, sehr schön. Dumme Fragen gestellt habe, nein. Aber ich werde mir ja so kaum angucken deswegen. Und eure Trailer, eure Folgenbesprechungen. Wann, ja, unsere Trailer. Eure Trailer, die ihr dann dazu dreht. Ezra Bridger, Jedi-Dusch. Genau. Ich will das sehen. Ich will das wirklich sehen. Ja. Das war es jetzt auch von uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß heute mit euch. Vielen Dank. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert uns auf jeden Fall und aktiviert die Glocke und gebt diesem Video ein Like. Das würde uns sehr freuen. Oder ihr checkt mal Cold Murrors neuen Harry Potter Podcast aus. Der hat den grandiosen Titel Und ein Stein bekommen. Schön. Oder Lenny's Spongebob-Kritik. Die ist bestimmt auch grandios. Dynamisch und grandios. Okay, das war es. Tschüss. Ciao. Ciao.